Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabenummer 75 vom 18. November 2017. Wie immer mit Philipp Hansel und mit Ulf Burmeier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die politische Lage in Deutschland und der Welt. Und wir haben eine ganze Reihe guter Nachrichten für euch, und zwar unter der Rubrik Hausmitteilungen. Denn es gibt wieder eine Lage live, Philipp. So sieht es aus, am 21. Dezember, 20 Uhr, weil auch wir dachten, na so vorweihnachtlich kann man da mal wieder zusammenkommen. Und du hast auch einen interessanten Ort aufgetan. Genau, genau. Und zwar, ja, ein Freund von mir, der Fotograf ist, hat ein sehr unkonventionelles Studio, das Sankt Studio in Kreuzberg. Das ist ein ehemaliges Gotteshaus, ich glaube, einer griechisch-orthodoxen Gemeinde, das er jetzt normalerweise für seine Fotoshootings nutzt. Das aber auch eine Veranstaltungslocation ist. Ich war da neulich mal zu einem Theaterstück. Und ja, das hat uns der Attila jetzt freundlicherweise vermietet als Raum für unsere nächste Lage live. Wie gesagt, am 21. Dezember könnt ihr dabei sein, wenn es wieder heißt, willkommen zur Lage der Nation. Wir würden uns sehr freuen, dass dann zugleich so unser Abschied in die Weihnachtspause, denn vielleicht machen wir auch eine Lage, vielleicht auch nicht. Das haben wir noch nicht so genau geplant. Aber falls es eben eine kleine Pause gibt über Weihnachten, dann versüßen wir euch die mit einer Lage live vorher. Wir haben auch eine neue Plattform für Tickets. Wir hatten ja bislang einen konventionellen, kommerziellen Anbieter. Jetzt hat Philipp mal selber was geklickt. Ja genau, also unter tickets.küchenstudio könnt ihr euch Tickets klicken und genau, das ist einfach jetzt, Pre-Tix heißt das Unternehmen, das ist ein deutsches Unternehmen, die auch Datenschutz großschreiben. Es gibt ein paar mehr Zahlungsoptionen und insgesamt machen die einen sehr guten Eindruck, auch was Support angeht und so, war das alles sehr, sehr fluffig und ich hoffe, das funktioniert. Ich habe so ein paar Testkäufe jetzt mal gemacht, das ist eigentlich sowas durchgegangen. Ist vom CCC gebastelt oder aus dem CCC-Umfeld, der Klub selber nicht offiziell. Aber wie gesagt, ich vermute, dass ich weiß es nicht genau, aber das ist jedenfalls ein deutsches Unternehmen, was da, finde ich, sich sehr gut präsentiert und das habe ich jetzt mal ausprobiert, weil ja auch von euch Klagen kam und auch zu Recht, dass es bei dem anderen Anbieter jetzt nicht so optimal war und auch für uns nicht so ganz billig. Die Gebühren waren ja auch schon relativ hoch. Ja, deswegen sind wir jetzt da. Da auch noch ganz kurz nochmal der Hinweis, ihr habt noch ein paar Daueraufträge, einige von euch haben noch Daueraufträge, die auf ein altes Konto laufen. Da müsstet ihr nochmal sozusagen das Konto ändern. Also wir haben unter kühlschutzler spenden die aktuelle Kontoverbindung und das ist bei der Fidor Bank und die Überweisung Daueraufträge, die noch zur DBA gehen. Das müsstet ihr mal ändern, die haben sich beklagt, dass das Konto kein Spendenkonto sei. Ja, nicht, dass wir da am Ende noch Stress kriegen, das hat auch rechtliche Gründe, weil wir die Lage da so ein bisschen auf so ein etwas solideres Parlament gestellt haben, rechtlich. Insofern wäre es großartig, wenn ihr die letzten Daueraufträge ändern könntet, sodass sie jetzt auf die Fidor Bank zeigen, das würde uns deutlich entspannen. Genau, cool. Wir fangen an mit den Sondierungen. Das ist natürlich das Thema, was hier die letzten Lagen auch immer wieder vorkam, einfach weil es einfach wichtig auch ist für die nächsten vier Jahre. Und da war es jetzt so, dass sie hätten eigentlich diese Woche abgeschlossen werden sollen am Donnerstagabend, aber ist es nicht. Sie haben es verschoben. Selbst am Sonntagabend sollen diese Sondierungen abgeschlossen sein und auch das ist fraglich, ob das funktionieren wird. Und jetzt kann man sich fragen, ja, ist es denn wirklich so kompliziert? Droht das wirklich zu scheitern? Gibt es diese Optionen, dass die einfach nicht zusammenkommen? Ich mag mir das noch nicht recht vorstellen. Also, dass diese Verhandlungen schwierig sind, keine Frage, reden wir auch noch drüber, aber dass das am Ende nichts wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich glaube das auch noch nicht und das war ja auch der Tenor so der öffentlichen Äußerungen. Ich glaube, Christian Lindner war es, der sagte, also der sprach ja schon von einem historischen Projekt. Ja, das fand ich sehr interessant. Projekt hatte ich bislang auch gerade in den Medien, vor allem im Kontext Rot-Grün damals 1998 gehört. Jetzt sprach Christian Lindner von dem Projekt Jamaika. So viel Enthusiasmus hatte ich in FDP-Kreisen in dem Kontext bislang noch nicht gehört. Insofern, das werte ich mal als ein positives Signal. Christian Lindner meinte nämlich auch, ein solches Projekt, eine solche historische Mission darf nicht an wenigen Stunden scheitern. Also ich glaube, Angela Merkel hatte ja eine Deadline gesetzt. Eigentlich war der 16., also vorgestern, wir nehmen heute am Samstag den 18. auf, war vorgestern eigentlich die Deadline von Angela Merkel. Das hat nun nicht geklappt. Daran kann man, denke ich, schon erkennen, es gibt noch so ein paar dicke Brocken zu knacken, aber ich glaube auch die Unterhändler werden sich jetzt die nötige Zeit einfach nehmen. Man will auf jeden Fall eine Einigung. Gibt es dafür eigentlich, das war neulich, wir haben ja jetzt, machen ja hin und wieder mal so einen Instagram-Livestream und da kam auch die Frage, ob es denn eigentlich eine gesetzliche Deadline dafür gibt. Eigentlich gibt es die nicht. Nee, es gibt keine harte Deadline. Also das Grundgesetz ist ja häufig eben oder in vielen Aspekten eine Reaktion auf das Chaos in der Weimarer Republik, die Schwierigkeiten, Regierungen zu bilden, die ständigen Neuwahlen und so. Und deswegen gibt es hier auch keinen Automatismus, dass nach so und so vielen Wochen neu gewählt werden muss, sondern ganz im Gegenteil. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach wie vor geschäftsführend im Amt und das kann sie prinzipiell, also rechtlich, auch soweit ich das überblicke, beliebig lange so ausführen. Natürlich will man eigentlich eine neue Regierung einsetzen. Wir haben neulich schon mal darüber gesprochen, dass es insbesondere ein Problem gibt bei der Arbeit des Bundestages, weil der Bundestag normalerweise mit seinen Ausschüssen die Ministerien spiegelt. Und wenn es noch keine Ministerien gibt, also insbesondere die Abgrenzung, was ist jetzt genau Justiz, was ist Verbraucherschutz, was ist Umwelt und so, solange diese Abgrenzung nicht klar ist, hat der Bundestag auch nicht so richtig die Möglichkeit, seine Ausschüsse einzusetzen. Das heißt, das eigentliche Problem ist, dass der Bundestag nicht so richtig arbeiten kann. Die Bundesministerien können im Prinzip jedenfalls erstmal so weiterwurschteln. Eine harte Deadline gibt es da eigentlich nicht. Und das Prozedere für Neuwahlen wäre dann so, irgendwann würde man dann sagen, okay, meinetwegen Verhandlungen beendet oder gescheitert und wir setzen uns jetzt in den Bundestag und wählen Bundeskanzler. Genau, wir schauen mal, ob Angela Merkel eine Mehrheit bekommt. Und dann wird der erste Wahlgang gemacht, gibt es keine Mehrheit, dann gibt es der zweite Wahlgang, gibt es keine Mehrheit und im dritten Wahlgang reicht dann eine einfache Mehrheit und der Bundespräsident kann dann den oder diejenigen, der diese einfache Mehrheit bekommen hat, zum Bundeskanzler annennen und er muss dann halt irgendwie sehen, wie er damit klarkommt in so einer Minderheitsregierung oder er sagt Neuwahlen. Genau. Und ehrlich gesagt ist das nicht so richtig klar, was der Bundespräsident dann tun würde. Aber ganz so weit ist es einfach noch nicht. Aber ich persönlich fände das ein ganz interessantes staatspolitisches in Anführungsstrichen Experiment mal zu sehen, was dann eigentlich funktioniert, wenn die Union sich zum Beispiel von der FDP tolerieren ließe. Die beiden wären sich ja in sehr weiten Punkten einig. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass der Tagesspiegel in dieser Woche eine PDF-Datei veröffentlicht hat, die so einen Verhandlungszwischenstand angibt. Und das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und die Details sind natürlich extrem kompliziert, ist eine sehr lange Datei. Aber was man ganz häufig sehen kann, ist, dass es so Blöcke gibt, wo eine Einigung erzielt worden ist. Und dann gibt es Blöcke, die Forderungen von einer oder mehreren Parteien darstellen, die aber von mindestens einem Verhandlungspartner noch nicht abgenickt worden sind. Das ist ganz häufig so, dass sich Blöcke finden, die Grünen sagen das eine und CDU, CSU und FDP meinen das andere. Ja, das heißt also, es ist ziemlich deutlich, die Union und die FDP würden sich ganz schnell einig. Und die Grünen sind einfach die Partei, die in vielen, vielen Punkten da fundamental eine andere Position vertritt. Mit anderen Worten, es ist aus meiner Sicht gar nicht ausgeschlossen, wenn jetzt tatsächlich keine Jamaika-Koalition zustande kommt, dass sich dann Angela Merkel mit den Stimmen der FDP und von einigen anderen Abgeordneten zur Kanzlerin wählen ließe und dann eine Minderheitsregierung bestünde aus Unionen, also CDU, CSU, toleriert von der FDP. Die könnten sich ja auch einigen auf bestimmte Guidelines für diese Tolerierung. Und dann müsste sich diese Regierung eben immer ihre Mehrheit im Bundestag suchen. Das könnte sogar, das könnte sogar, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, dann quasi eine Sternstunde des Bundestages werden. Wie funktioniert das denn? Also du sagst, CDU, CSU tun sich zusammen und lassen sich von der FDP tolerieren. Was heißt das? Die wählen dann quasi mit ihrer Mehrheit, also die FDP-Stimmen würden gebraucht, um die Kanzlerin zu wählen. Das reicht ja noch nicht, sonst könnte man ja gleich einfach schwarz gehen. Also das wäre natürlich zunächst mal ein Versuch, ob sich denn überhaupt aus der Mitte des Bundestages genügend Stimmen fänden. Aber das müssen dann auch andere, müssen außerhalb von CDU und FDP auch Merkel zur Bundeskanzlerin wählen. Also dann wäre sie Bundeskanzlerin, hätte aber nie erstmal per se eine Mehrheit im Bundestag. Sondern sie muss dann sagen, ja, jedes jeweils ein Gesetz oder eine Aktion vorschlagen und sehen, ob sie dafür genügend Stimmen kriegt. Ganz genau. Und dann müsste man natürlich Kompensationsgeschäfte machen. Und also ich finde das in der Tat ein spannendes Experiment. Das gilt ja als die totale Horrorvorstellung. Also quasi im Verfassungsleben der Bundesrepublik hat es sowas noch nicht gegeben. Und eine Minderheitsregierung gilt immer als extrem instabil. Das muss aber nicht notwendigerweise so sein. Und ich persönlich sehe insbesondere die Möglichkeit, dass das das Parlament so ein bisschen revitalisieren könnte. Dass der Bundestag dann eben tatsächlich auch wieder der Raum für Debatten werden könnte, wo tatsächlich um Mehrheiten gerungen wird. Mag ein bisschen naiv sein. Also alte Polithasen aus dem Bundestag werden mir jetzt sagen, ja, ja, Ulf, komm mal wieder runter. Das funktioniert doch nicht in Deutschland. Aber ich fände es zumindest mal einen Versuch wert, falls es tatsächlich keine Jamaika-Koalition gibt, dann direkt zu sagen, wir müssen neu wählen. Da bin ich gar nicht so von überzeugt. Und möglicherweise fänden sich ja eben auch in den anderen Fraktionen dann genügend Unterstützer für die Idee. Das Risiko ist, das muss man deutlich sagen, das Risiko ist, dass dann am Ende möglicherweise die AfD Angela Merkel zur Mehrheit verhelfen würde. Und das ist natürlich ein Legitimationsproblem. Sie kann ja sich nicht aussuchen, wer für sie stimmt. Und wenn ihre Kanzlerschaft dann möglicherweise eben mit dem Makel behaftet wäre, dass nur Nazi, na gut, wir wissen ja, mit dem Sternchen dran oder rechtsradikale Stimmen ihr zur Mehrheit verholfen haben, das wäre natürlich ein Problem. Also das wäre politisch vermutlich nicht so richtig zu verkaufen. Dann müsste die Mehrheit schon so groß sein, dass es nicht alleine an den AfD-Stimmen hing. Wir müssen mal, also was mich immer so bei der Berichterstattung so ein bisschen nervt, dass es sehr viel um Personalien geht und wer da nicht mit wem kann. Das ist natürlich auch richtig, aber manchmal fällt ein bisschen unter den Tisch, um was für Inhalte es eigentlich geht. Wir haben über die Inhalte schon häufiger geredet. Trotzdem wollen wir nochmal in drei, vier Stichpunkten zusammenfassen, wo eigentlich gerade die Streitfragen liegen. Das eine ist der Soli, dieser Solidaritätszuschlag, über den haben wir ja schon ausführlicher gesprochen. Da sind sich alle einig, dass der in verschiedenen Schritten und ich glaube auch ganz abgebaut werden soll. Aber die Frage ist halt, wie schnell soll das gehen, in welchen Schritten soll das gehen, wie sind da die verschiedenen Szenarien. Das ist irgendwie ein Streitpunkt. Dann gibt es viel Streit um die Migrationspolitik. Da ist vor allen Dingen das Problem der Familiennachzug. Also inwiefern dürfen Flüchtlinge, die hier als subsidiären Schutz genießen, Familienangehörige nachholen. Die CSU ist strikt dagegen und sagen, da kommen dann 750.000 Leute nochmal ins Land. Die Grünen sagen, nein, das muss möglich sein. Außerdem sind es nur 70.000, die danach kommen würden. Und richtig belastbare Zahlen sind mir zumindest nicht bekannt, habe ich nirgendwo gelesen, wie viele das denn jetzt wirklich sind. Also es ist immer ja so ein bisschen so eine Schätzung, dass man halt sagen muss, okay, so und so viele Menschen haben quasi die rechtliche Möglichkeit, Angehörige nachzuholen. Und manche Schätzungen waren dann quasi Faktor 1,5 oder 2, dass also pro Mensch, der schon in Deutschland lebt, anderthalb oder zwei weitere Menschen dann mit einem solchen Familiennachzugsvisum ins Land kommen. In der Praxis liegt die Zahl aber jedenfalls deutlich geringer. Es ist sehr schwer, das konkret anzugeben. Aber in der Praxis liegt die Zahl wohl etwa um 0,5. Also auf 100.000 Leute mit der rechtlichen Möglichkeit, jemanden nachzuholen, kommen wohl dann in Anführungsstrichen nur 50.000. Aber das ist, diese Migrationspolitik, die ist natürlich gerade für die CSU ein absolut rotes Tuch. Und da, um das so ein bisschen zu verstehen, muss man glaube ich so ein bisschen die politischen Ränkespiele in den Blick nehmen, die gerade innerhalb der CSU gespielt werden. Horst Seehofer, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef, steht zur Zeit extrem unter Druck, weil Markus Söder versucht, eben die Spitze jedenfalls der Partei, aber in der Tendenz dann natürlich auch das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten streitig zu machen. Und der ist Finanzminister in Bayern. Der ist zur Zeit Finanzminister in Bayern und hat eine Hausmacht in Teilen der CSU. Und nachdem die Bundestagswahl für die CSU so schlecht ausgefallen ist, minus 10,5 Prozentpunkte, sah es kurz so aus, als wenn Seehofer auf gar keinen Fall mehr zu halten sein würde. Seinen unmittelbaren Sturz hat er abgewendet. Er ist nach wie vor in beiden Ämtern. Aber das große Problem ist eben, dass diese schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl einfach die Kräfte in der CSU gestärkt hat, die sagen, die Ära Seehofer ist vorbei. Und das heißt, da gibt es hinter den Kulissen ein Hauen und Dächen. Die Süddeutsche Zeitung hat in der Wochenendausgabe da einen sehr schönen Hintergrundtext dazu geschrieben. Wer das nochmal nachlesen will, der wird insbesondere auch genau aufgeschrieben, wer denn jetzt im CSU-Spitzenpersonal wie stark für einen der beiden Kontrahenten ist. Kurz und gut, Seehofer steht extrem unter Druck und er hat einfach überhaupt keine Möglichkeit nachzugeben. Und das ist eine Katastrophe. Also wenn man quasi unflexibel ist, wenn man keine Souveränität hat, auch mal Positionen zu räumen, um einen Kompromiss zu schließen, dann kann man im Grunde gar nicht verhandeln. Und das ist genau das Problem. Seehofer müsste jetzt Kompromisse eingehen, um eine Einigung zu erreichen. Der kann es aber im Grunde nicht, weil es um sein eigenes politisches Überleben geht. Genau, also man stellte sich nur vor, Seehofer hätte einen dicken Gewinn eingefahren, der ist sicher im Sattel und so. Also dann könnte er sich auch leisten, seiner Partei zu verkaufen. Leute, da mussten wir den Grünen entgegenkommen und hier haben wir einen Kompromiss geschlossen. Ja, aber ich bin euer großer Vater und es wird alles weitergehen. Und so ist es aber gerade nicht. Sondern er ist extrem umstritten, sitzt extrem wackelig. Es ist ja nicht nur Söder, es ist ja auch noch Dobrindt, der sozusagen der Berlin entsandte Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, der auch irgendwie mit diesem Parteivorsitz liebäugelt, aber sehr an Seehofer gebunden ist. Und wenn Seehofer jetzt abtreten würde, dann könnte Dobrindt damit rechnen, dass es vielleicht ihm auch nicht so gut geht mehr in Berlin und und und. Also da gibt es viel, viel, was da im Hintergrund läuft. Das ist so, ja. Also ich glaube einfach, genau, das macht diese Verhandlung so zäh, gerade in dieser Migrationspolitik. Ja, aber die Leute, die nämlich am Tisch sitzen in Berlin, sind tendenziell die Leute, die einfach im Seehofer-Lager stehen. Das heißt, wenn die jetzt nicht mit einem irgendwie gearteten strategischen Gewinn zurückgehen nach Bayern, dann kippt mutmaßlich Seehofer. Dann kippen aber auch all die Leute, die für die CSU in Berlin mit am Tisch sitzen. Jedenfalls mehr oder weniger alle. Wie gesagt, in der Süddeutschen ist deren Camp-Zugehörigkeit oder Lager-Zugehörigkeit nachzulesen. Und das macht die CSU einfach zu einem ganz miserablen Verhandlungspartner. Also ich würde mir, genau wie du sagst, wenn Seehofer fett im Sattel säße, dann könnte man diesen etwas skurrilen, diese Obergrenzendiskussion oder die Familiennachzugsdebatte möglicherweise etwas entspannter sehen. Das Problem ist ja mit dem Familiennachzug, dass der zugleich dazu führt, dass an den deutschen Verwaltungsgerichten zurzeit Ausnahmezustand herrscht. Denn die Menschen, die nur diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus bekommen haben, dürfen eben zurzeit niemanden nachholen. Während Menschen, die tatsächlich einen Flüchtlingsstatus bekommen haben, nach der Genfer Flüchtlingskonvention Familienangehörige nachholen können. Und breite Kreise Geflüchteter, insbesondere aus Syrien, bekommen zurzeit eben nur noch den subsidiären Schutz. Und rennen dann natürlich völlig verständlicherweise zum Verwaltungsgericht, weil sie sagen, nein, ich will quasi den vollen Status haben. Ich will den Flüchtlingsstatus. Ich will nicht nur subsidiären Schutz. Und das sind inzwischen Tausende von Verfahren, wenn nicht Zehntausende. Und das ist ein großes Problem. Das heißt also, dieser politische Preis, der da gezahlt wird, der hat zugleich noch massive Auswirkungen auf den Rechtsschutz der Menschen in Deutschland. Ein anderes Thema ist klar, Klimaschutz. Deutscher Strom wird, glaube ich, noch zu 40 Prozent aus Kohle erzeugt. Und Braunkohle vor allen Dingen ist ja auch noch groß. Das ist mit das Klimaschädlichste, was man so macht. Riesensauerei. Riesensauerei, was man so nutzen kann, um Strom zu erzeugen. Und das haben ja viele schon immer gefordert und lange gefordert. Der Kohleausstieg, Deutschland muss irgendwie sich festsetzen, bis wann keine Kohle mehr verfeuert wird, um Strom zu erzeugen. Das ist nicht passiert, finde ich katastrophalerweise. Und so wird Deutschland halt seine selbstgesteckten Klimaziele bis 2020 eben verfehlen. Unter anderem, weil im Verkehrssektor nichts passiert ist, aber eben, weil auch bei der Kohleverstromung nichts passiert ist. Und jetzt geht es halt darum, Kohlekomplettausstieg, glaube ich, steht gerade nicht zur Debatte, sondern es geht darum, wie viel Gigawatt aus dem Netz genommen werden, die dann eben nicht mehr mit Kohle erzeugt werden. Und da wollen die Grünen eher so 8 bis 10 Gigawatt, die Union hat so 3 bis 5 angeboten, Merkel hat jetzt gesagt, 7 wären machbar. Ein bisschen wie auf dem Bazar. Ja. Und ich weiß nicht, also ich verstehe, dass man sich darüber streiten kann, aber wenn du dir mal die großen Fragen vor Augen hältst und die, vor denen wir so in Zukunft stehen. Ja. Wenn du dir das überlegst, oder? Da fällt dir noch nichts mehr ein. Also wir haben einen demografischen Wandel. Die Gesellschaft wird immer, immer älter. Es wird immer mehr Rentner geben und immer weniger Leute, die in diese Rentenkasse einzahlen nach dem heutigen Prinzip. Ja. Wie wollen wir das bewerkstelligen? Ja. Da geht es um ganze Generationen. Es geht darum, Zukunft der Arbeit. Ja. Ich meine, ich habe das wieder gedacht, Amazon macht jetzt, glaube ich, so Überpaketfahrer. Also du hast ein normales Auto und kannst dich so bei Amazon so einbuchen, wenn du gerade mal zwei Stunden Zeit hast, um Pakete auszufahren. Das heißt, diese ganze Arbeit wird komplett segmentiert. Du hast immer mehr so kleine Minijobs, die du irgendwo in deinen Alltag reinpacken kannst. Glaub nicht, dass du da für Sozialabgaben zahlst. Glaub nicht, dass du da irgendwie einen Anspruch auf Rente und sowas kriegst. Und wieso sagen wir das? Nur um so ein bisschen geistig die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. Das ist natürlich jetzt, das ist kein krasser Themawechsel, sondern ganz im Gegenteil. Wir verstehen nicht so ganz, wieso die Jamaika-Verhandler sich derart im Klein-Klein verbeißen. Hier ein Gigawatt und da ein Gigawatt oder da eine Gigatonne Kohlendioxid und da eine Gigatonne. Wir haben einfach massive Zukunftsprobleme. Die spielen da keine Rolle. Die spielen da einfach keine Rolle. Man hat so das Gefühl, das kriegen die alle überhaupt nicht mit und das kann doch einfach alles nicht wahr sein. Also wir haben ja schon mehrfach jetzt das Stichwort Vision angesprochen oder Konzept oder man kann es auch etwas platt einfach den Plan nennen, wie dieses Land denn tatsächlich in die Zukunft geführt werden soll. Und der ist nicht erkennbar. Und deswegen haben Philipp und ich aber gesagt, eine der ganz zentralen Zukunftsfragen ist die soziale Frage. Wie geht es eigentlich den Menschen in diesem Land? Wie schaffen wir es denn eigentlich, dass möglichst alle Menschen das Gefühl haben, sie stehen sozial von ihren Lebensverhältnissen her auf halbwegs gesicherten Boden, idealerweise damit dann auch keiner mehr AfD wählt. Aber auch generell möchten wir natürlich einfach, dass es den Menschen gut geht. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, in den nächsten Folgen ganz intensiv dieses Thema mal zu diskutieren. Was macht denn eigentlich die aktuellen Zukunftsfragen aus? Und eine der zentralen ist aus unserer Sicht eben die soziale Frage. Wie schaffen wir es, sozioökonomisch möglichst viele Menschen mitzunehmen, so damit niemand sich zurückgelassen fühlt? Und dazu hat Philipp noch ein schönes Zitat gefunden in der Süddeutschen. Von Ottmar Edenhofer. Das ist so ein recht renommierter Klimaforscher. Ja, und er hat sich in einem langen, langen Interview in der Süddeutschen auch mal so allgemeinpolitisch ausgelassen, auch zu diesen Sondierungsverhandlungen. Und er sagte, wir sollten Landkarten über alternative Zukunftsfade entwerfen. Ich finde das ein schönes Bild, das muss man sich mal auf der Zukunft bringen. Landkarten über alternative Zukunftsfade und ihre jeweiligen Chancen, Risiken, Vor- und Nachteile diskutieren. Wie sieht die Dekarbonisierung des Verkehrssektors aus? Also wie schaffen wir einen Verkehrssektor, der eben keine fossilen Rohstoffe mehr verbrennt? Ja, wie wollen wir das haben? In welchen Städten wollen wir leben? Ja, das finde ich zum Beispiel auch. Wie viele Autos sollen da zugelassen sein? Wie grün soll das sein? Genau. Wie fördern wir öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel? Wie sieht ein Steuersystem aus, das ökologische Wirkung entfaltet, Innovation fördert und zugleich gerecht ist? Welche Wirkung hat die Digitalisierung auf die Zukunft der Arbeit? Ja, was ich eben angedeutet habe. Wie sollen soziale Sicherungssysteme gestaltet werden? Das sind irgendwie riesige Zukunftsfragen und die spielen in diesen Verhandlungen da überhaupt keine Rolle. Also man muss natürlich der Fairness halber schon dazu sagen, die Grünen versuchen natürlich viele dieser Fragen anzuschneiden. Also gerade das Stichwort Dekarbonisierung, Umbau der Mobilität in Deutschland. Ich glaube die Grünen bringen das schon tatsächlich mit und teilweise, Stichwort Digitalisierung hat ja auch die FDP, durchaus den Anspruch unser Land in die Zukunft zu führen. Das Problem ist, was ich nicht verstehe, wirklich nicht, ist wieso das denn in der Union nicht der Fall ist. Natürlich redet die Union davon für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Das muss man sagen, das war ja der Slogan. Es ist explizit der Anspruch der Union dafür zu sorgen, dass es den Menschen in Deutschland gut geht. Aber sie scheint sich nicht so besonders zu interessieren für die Leute, die durchs Raster fallen. Sie scheint sich auch nicht so besonders dafür zu interessieren, wie man denn die Umwelt tatsächlich schützen kann. Wie man überhaupt unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten kann. Und das finde ich zum Beispiel auch für eine christliche Partei wirklich interessant. Es ist ja die christlich-demokratische oder sogar in Bayern die christlich-soziale Union. Und Bewahrung der Schöpfung ist ja eigentlich auch eine ganz zentrale christliche Forderung. Und wie man da derart auf Stur schalten kann beim Stichwort Klimawandel, das verstehe ich einfach nicht so ganz. Aber gut, wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, zum Beispiel wer die zentralen Spender sind bei der CDU. Vielleicht. Oder wo man glaubt, dass die Wählergruppen sind. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, das würde mich sehr interessieren, gerade auch für die kleine Einladung zum Kommentieren bei uns auf der Seite lagedernation.org. Da findet ihr ja einen WordPress-Blog, wo man kommentieren kann. Mich würde wirklich die Frage sehr umtreiben, was ist denn eigentlich mit der Zukunftsfähigkeit der Union? Warum eigentlich kommt da so wenig an Fortschritt? Ich meine, man kann ja zum Beispiel auch sagen, auch als konservative Partei, manchmal muss man bestimmte Dinge wandeln, um das Land zu erhalten, um unseren sozialen Frieden zu erhalten, um unseren Rechtsstaat zu erhalten. Vielleicht müssen sich Dinge wandeln, damit man sie erhalten kann. Also progressiv kann ja auch durchaus aus einem konservativen Grundimpuls heraus Politik gestaltet werden. Und das würde mich echt interessieren, was da mit der Union los ist. Gut. Alright, das vielleicht zu den Sondierungsgesprächen, die sollen wie gesagt Sonntag enden und dann fangen ja erst die Koalitions- oder vielleicht erst die Koalitionsverhandlungen wirklich an. Das muss man auch nochmal sagen, da kann man auch noch so ein bisschen fragen, was ist das eigentlich, so ein Koalitionsvertrag? Das ist kein rechtlich bindendes Dokument, das kann niemand einklagen. Es ist einfach eine, sagen wir mal, unverbindliche, eigentliche Vereinbarung zwischen den Parteien und Fraktionen. Das und das wollen wir erreichen. Wenn es nicht erreicht wird, kann keiner vor Gericht ziehen und sagen, hier, wir haben das doch festgeschrieben und jetzt muss es aber kommen. Sondern es ist einfach eine politische Vereinbarung und man kann sich darauf berufen und politischen Druck ausüben. Naja, aber das hat natürlich schon ganz konkrete Folgen. Darüber haben wir ja auch gesprochen im Sommer. Stichwort Ehe für alle, denn das war ja, was die SPD da gemacht hat, war formal ja ein Bruch des Koalitionsvertrages. Es ist nur, die Union hat davon abgesehen, daraus Konsequenzen zu ziehen, einfach weil die Bundestagswahl vor der Tür stand. Theoretisch ist ein Bruch des Koalitionsvertrags durchaus eine Situation, wo dann eben mal die Minister entlassen werden können von der Partei, die den Koalitionsvertrag bricht. Genau, es ist eine politische Entscheidung. Du musst es nicht machen. Aber das steht immer so im Hintergrund und deswegen gibt es diesen Vertrag. Ja, nochmal kurz zu den Paradise Papers. Also dieses enorme Leak von Millionen von Dokumenten, die von knapp 400 Journalisten oder Zeitungen, weiß ich jetzt gerade nicht. 400 Journalisten von Dutzenden von Zeitungen auf jeden Fall rund um die Welt ausgewertet wurden. Und wir haben da letztes Mal auch schon drüber gesprochen, wo unterm Strich einfach rauskam, mit welchen Methoden reiche Menschen, sehr reiche Menschen und große Firmen es schaffen, keine oder sehr wenig Steuern zu zahlen und das in aller Regel völlig legal. Und ich wundere mich halt, dass das so richtig niemanden interessiert. Also ich habe auch mal gefragt, warum ich mich darüber so aufrege, aber ich glaube, es ist halt auch, ich habe letztes Mal ja schon gesagt bei den Unternehmen, dass sie tatsächlich viel von diesen staatlichen Ressourcen, die steuerfinanziert sind, einfordern und nutzen. Aber eben auch sozusagen ein Grundfundament unserer Gesellschaft in Frage stellen, nämlich so eine Art Sozialvertrag heißt das. Der im Grunde ja bedeutet, dass es so ein Mindestmaß an Solidarität gibt mit den Gesellschaften. Dass jeder nach seiner Leistungsfähigkeit zum Beispiel zum Gemeinwesen beiträgt und wer eben sehr viel Geld verdient, der trägt eben mehr bei. Also wir zahlen beide wahrscheinlich mehr Steuern als jemand, der, keine Ahnung, mit 1000 Euro im Monat nach Hause geht beispielsweise. Genau. Und On The Media, auch so ein Podcast kann man empfehlen, die haben darüber auch gesprochen und gefragt, ja was kann man denn jetzt machen? Und da waren auch einige Leute da, die sagten, ja klar, Gesetze kannst du machen, Zwang kannst du anwenden. Aber vor allen Dingen müsste es sozusagen ein, also das waren auch Leute von so einer NGO, die sich für mehr Steuerzahl oder beziehungsweise gerechtere Steuersysteme einsetzen. Und die sagten, vier Regelungen würde es wahrscheinlich gar nicht bringen, sondern es bräuchte halt so einen kulturellen Wandel. Dass halt Steuerzahlen einfach so, wie ließ die Ami immer so sagen, eine patriotische Pflicht wird. Das klingt immer sehr weich und es klingt immer, es klingt immer, ja mein Gott, wie soll man das denn machen und was soll das denn bringen? Aber ich kann mir schon vorstellen, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich glaube, du musst da schon Regelungen einziehen und das, wie gesagt, haben wir ja letztes Mal auch erwähnt, diese Steueroasen dicht machen, auf schwarze Listen setzen und mit Sanktionen bedrohen. Aber ich glaube, es muss auch irgendwie gelingen, tatsächlich durch Vorbildfunktionen zu zeigen. Ich zahle Steuern, ich mache das gerne, es ist viel, macht keinen Spaß, aber es gehört dazu und es ist selbstverständlich. Ich meine, da hat sich ja schon eine Menge gewandelt. Steuerhinterziehung ist ja wahrlich kein Kavalier-Delikt mehr. Damit kann man jetzt politisch jedenfalls keine Karriere mehr machen, wenn man dabei ertappt wird. Und deswegen, ich glaube, gegenüber Privatpersonen, das haben wir ja schon bei der ersten Diskussion zum Thema Paradise Papers gesagt, gegenüber Privatpersonen, gerade wenn die im Licht der Öffentlichkeit stehen, funktioniert dieser Druck. Ich glaube, das zentrale Problem ist, dass das eben gegenüber Unternehmen auf keinen Fall funktioniert. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, was da so die Strukturen sind, die in einem Unternehmen die Anreize setzen. Da geht es um Bilanzen, da geht es um das, was die Hauptversammlung in einer Aktiengesellschaft vom Vorstand verlangt. Und da ist in aller Regel eben, da zählen die Quartalszahlen. Da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, ich zahle jetzt mal freiwillig Steuern, wenn man stattdessen auch irgendeine windige Konstruktion mit den Virgin Islands bauen könnte. Also das funktioniert, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, die zentrale Frage, die man hier stellen muss, ist, wie steht es denn eigentlich mit der Gestaltungskraft der Demokratie? Wie schaffen wir das denn eigentlich in demokratischen Staaten, diesen Druck aufzubauen? Wir haben ja schon verschiedentlich Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Europäische Union zum Beispiel Druck aufbauen könnte, auf Steueroasen eben wenigstens halbwegs angemessene Unternehmenssteuersätze zu verlangen. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, denn sonst, glaube ich, wird immer mehr Menschen, bei immer mehr Menschen der Eindruck entstehen, das ist hier eine Party für die Reichen. In der Demokratie setzen eben die Menschen, die extrem viel Geld haben, ihren Einfluss immer so stark durch, dass sie ihr Geld behalten können im Ergebnis oder dass jedenfalls die Belastung vergleichsweise überschaubar ist. Und das finde ich ein ganz großes Problem. Ich glaube wirklich, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Demokratie letztlich käuflich ist. Und der Eindruck kann natürlich entstehen. Also mal ganz ehrlich, die Paradise Papers belegen, zurzeit ist das Weltwirtschaftssystem eben sehr ungerecht. Ja, also wir beiden zahlen Steuern, andere Leute, die ein Vielfaches von dem verdienen, was wir verdienen, oder Unternehmen, die noch viel mehr verdienen, müssen eben kaum Steuern zahlen. Und da müssen die Demokratien jetzt, denke ich, ihre Gestaltungskraft zeigen und die Menschen müssen spüren, nein, so geht es weiter. Man kann da was verändern. Man kann da was verändern. Man kann da was verändern. Das ist evident ungerecht. Das hast du ja, denke ich, sehr schön dargestellt, Philipp. Es ist evident ungerecht, was da passiert. Und das muss sich ändern lassen mit demokratischen Mitteln. Sonst geht es einfach an die Legitimität dieser Regierungssysteme. In dieser Woche ist die Klimakonferenz zu Ende gegangen. Oh ja, Philipp. Stichwort, es muss sich was verändern lassen. Das war ja wieder eine goldene Überleitung, auch wenn wir die gar nicht geplant hatten. Philipp, du hast dir das genauer angeguckt. Und was sind denn eigentlich die Ergebnisse da in Bonn und gehen die in die richtige Richtung? Also sie gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es sind kleine Schritte, kann man das so sagen. Das sind jetzt keine sensationellen Ergebnisse und die Welt ist gerettet. Aber ich glaube, alle sind sich einig, dass da ein paar wichtige, kleine, aber doch wichtige Entscheidungen gefallen sind. Man muss ja zum Hintergrund so in den Rahmen aufziehen. Es hat ja da in Paris letztes Jahr diese Konferenz gegeben, die schon sehr epochal war. Die ergeben hat, dass ab 2020, also in drei Jahren, quasi erstmals alle Länder der Welt, bis auf die USA, die dann jetzt wieder austreten wollen, alle Länder der Welt sich dazu verpflichten, sich am Klimaschutz zu beteiligen. Und man will sozusagen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen und dafür soll jedes Land Pläne vorlegen. Wie sie das machen wollen, wie viel wollen wir mindern und wie soll es gemacht werden. Das ist der große Rahmen, der in Paris beschlossen wurde und jetzt in Bonn sollte geguckt werden, ja wie konkret soll das denn gehen. Es ist immer so, dass vom Regelwerk geredet, das in Bonn erstellt werden sollte. Und da gibt es schon einige Sachen, die man da vermelden kann. Also das eine ist der Talanoa-Dialog, also Fidschi hatte ja den Vorsitz, obwohl das in Bonn stattfand. Und Talanoa-Dialog ist wohl so eine traditionelle Diskussionsmethode, die, sagen wir mal, gewährleisten soll, dass offen debattiert wird unter Wahrung der Achtung aller Beteiligten. Und in diesem Prozess, der jetzt beschlossen wurde, sollen halt die Staaten zusammenkommen und diese drei Fragen beantworten. Wo stehen wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir da hin. Also dass da jetzt sozusagen so ein Rahmen gesetzt wurde, um zu gucken, okay, welches Land hat wie viel angeboten, wie lässt sich das vergleichen, wie kann man das überprüfen, ob ihr das auch macht. Und wenn sie sagen, wir haben so und so viel eingespart, wie kann man das überprüfen, Transparenz herstellen, dafür ist dieser Dialog wohl recht wichtig. Und man muss wissen, Paris geht ja erst 2020 los, bis 2018 muss dann irgendwie das ganze Regelwerk stehen und dafür ist noch ein bisschen Zeit, aber das wurde immerhin mal beschlossen. Das klingt doch schon mal nicht verkehrt, denn es geht jetzt ja im Grunde darum, so ein bisschen runterzubrechen, ja, diese abstrakten Ziele in ganz konkrete Einzelmaßnahmen. Und machen wir uns nichts vor, diese Einzelmaßnahmen werden auf den ersten Blick wehtun, ja, weil häufig diese Einzelmaßnahmen dazu führen, dass so bestimmte Dinge eben unattraktiver gemacht werden müssen. In irgendeiner Art und Weise muss man von der bisherigen Nutzung von zum Beispiel fossilen Energieträgern eben abrücken und das wird häufig irgendwelche Formen von Umstrukturierung erfordern. Auf den ersten Blick wird es vielleicht mal wehtun, insofern finde ich, dass es in der Tat auch ein ganz gutes Signal, dass es auf der Konferenz anscheinend immerhin gelungen ist, konkrete Schritte zu verabreden. Ja, zumindest, sagen wir mal, einen Rahmen zu schaffen, in dem diese wichtigen Fragen von, was sind eure Ziele, wie können wir die überprüfen, wie können wir die vergleichbar machen, dass das eingeläutet wurde. Weil man muss sich ja auch immer vorstellen, eine Grundkluft, die über diese ganzen Klimaverhandlungen hängt, ist diese große Gerechtigkeits-Ungerechtigkeitsfrage, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer sagen, hey, weshalb sitzen wir da in der Scheiße, in der wir jetzt sitzen, liebe Industrieländer? Weil ihr seit 150 Jahren Fossil, Kohle, Öl, alles verbrennt, deswegen hocken wir jetzt hier. Und die Industrieländer sagen, na gut, aber wenn ihr jetzt auch noch weitermacht, dann geht es so richtig den Bach runter. Und deswegen fordern, ja, sagen die Schwellen- und Entwicklungsländer immer, Leute, ihr müsst uns dabei helfen, wir wollen Geld von euch haben, wenn wir einen anderen Weg einschlagen sollen. Und die Industrieländer sagen, na gut, aber ihr habt auch eine Verantwortung dafür, wir können euch jetzt nicht einfach mit Geld zuwerfen. Also da ist die Frage, wer hat wie viel Verantwortung und wer muss wie viel leisten? Diese Kluft, die hängt über allen Fragen. Das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, auf den ersten Blick nicht überzeugend zu sagen, wir haben das gemacht, jahrzehntelang oder jahrhundertelang, ihr dürft das jetzt aber nicht machen. Also beispielsweise, wir haben spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf Individualmobilität gesetzt, das Auto für alle und gerne auch einen Zweitwagen und so. Und wenn das aber jetzt alle 1, noch was Milliarden Chinesen auch wollen, dann geht das Weltklima total den Bach runter. Auf den ersten Blick muss man da sagen, gibt es überhaupt keinen Grund für, wieso die Chinesen das nicht auch dürfen, wenn wir das doch gemacht haben. Auf der anderen Seite wäre es aber global betrachtet eine Katastrophe. Insofern, klar, da muss man argumentieren, dass es eben einfach nicht mehr geht. Ja, genau. Und da eine Debatte, die da ganz wichtig ist, ist eben das Geld. Also die Industriestaaten bezweifeln nicht, dass die Industriestaaten den Schwellen- und Entwicklungsländern finanziell unter die Arme greifen müssen, um, wie das immer so heißt, mit der Anpassung und Bewältigung klar zu kommen. Also Anpassung, heißt Dämme bauen etc. oder auch… Migrationsbewegung, abfedern. Federn, also alles sozusagen die Folgen dieses Klimawandels beherrschbar zu machen und eben mit den Folgen auch umzugehen. Also wenn Ernteausfälle gibt, wenn es Migration gibt etc. das irgendwie zu bezahlen. Was ist denn eigentlich mit diesem Anpassungsfonds? Das ist ja immer wieder von einem Fonds die Rede, der eben die Lasten, die finanziellen Lasten der Anpassung an ein geändertes Weltklima abfedern soll. Gibt es den schon? Und also Deutschland wollte doch da auch jetzt noch weitere substanzielle Milliardenbeträge einzahlen. Ja genau, also den gibt es schon und da wurde jetzt wohl auch beschlossen, dass der aus dem alten Regime in dieses Pariser Regime überführt wird und dieser soll auf mal 100 Milliarden Euro im Jahr anwachsen. Da sind sie noch nicht, aber den gibt es und der wird auch erstmal weiter betrieben. Die Frage ist, kommt das ganze Geld zusammen? Das ist noch ein bisschen offen. Deutschland hat auch noch einen anderen Mechanismus vorgeschlagen, nämlich so Versicherungen. Also dass Länder oder Betriebe in Schwellen- und Entwicklungsländern sich einfach gegen Klimafolgenschäden versichern können und dann möglichst schnell dann auch Zahlungen bekommen. Das ist so ein Vorschlag. Und am Ende verständigten sich die Staaten dann, sagen wir mal, auf Vorbereitungen, um den vergleichsweise erfolgreichen Anpassungsfonds eben auf dieses Paris-Abkommen zu überführen. Ja, das ist also noch nicht abgeschlossen, aber sagen wir mal, also die Einsicht, dass die Industriestaaten den Schwellen- und Entwicklungsländern Geld geben müssen, ist klar. Die Schwellen- und Entwicklungsländer, die hätten gerne so einen Blankoscheck, die hätten gerne Geld und so. Und dann sagen die, haben die Industrieländer aber Angst, dass das so ein quasi so ein Geld-Abo wird. So ein Fass mit keinem Boden und wir können da für alles mögliche Geld hinterherwerfen, das wollen sie auch nicht. Da ist jetzt in Bonn, glaube ich, keine endgültige Lösung gefunden worden, wie diese Finanzierung sichergestellt werden soll. Aber es ist halt ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht worden, so habe ich das vorher gesagt. Immerhin, ja und dann muss man ja einfach mal sagen, so platt das klingt, es ist doch schon mal gut, wenn man darüber redet. Es ist natürlich noch besser, wenn es konkrete Deals gibt und die auch noch eingehalten werden, aber ich denke, es ist doch auf jeden Fall auch keine schlechte Idee, wenn jedenfalls man im Gespräch ist miteinander und versucht, Wege zu finden. Na vor allen Dingen sind es ja jetzt erstmals alle Länder, das ist ja das Entscheidende auch, das sind ja eigentlich aus Syrien und so sind dabei, die jetzt tatsächlich sich verpflichtet haben, CO2 zu mindern. So und die fangen jetzt an miteinander zu reden und die USA haben ja gesagt oder Trump hat gesagt, der will austreten, das ist jetzt noch nicht der Fall, sondern es dauert irgendwie, ich glaube, also bevor es losgeht, ist er sozusagen wieder raus, wäre er wieder raus, aber die USA haben sich da offensichtlich in Bonn recht konstruktiv gezeigt. Viele hatten befürchtet, dass sie da blockieren bis zum geht nicht mehr, aber das ist offensichtlich nicht passiert und es gab ja auch immer so eine Schatten-Delegation in Bonn, also es gibt natürlich die offizielle Washingtoner-Delegation, die da verhandelt, aber es gibt eben auch eine Schatten-Delegation von den Bundesstaaten, ja, die haben sehr große Macht, wie wir wissen, in den USA und da gibt es halt sehr, sehr viele, die sagen, hey, Trump will raus, aber wir verdoppeln unsere Anstrengungen. Und ob man jetzt damit sozusagen diesen Ausstieg der USA als Ganzes kompensieren kann und die Klimaziele trotzdem erreichen kann, ist fraglich, aber dass diese Bundesstaaten große Macht und großen Effekt ausüben können, ist unbestritten. Na, man muss da ja vor allem differenzieren, denn die Bundesstaaten haben da ja etwa gespalten, nicht ganz, aber etwa gespalten entlang der Parteilinie in den USA auch ganz unterschiedliche Positionen. Also die tendenziell demokratischen Bundesstaaten sind da eben vergleichsweise progressiv, während eben viele Staaten, die von Republikanern dominiert werden, eben zugleich auch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, zum Beispiel mit der Ölindustrie oder so. Und insofern, glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, die US-Bundesstaaten reißen es raus, aber es gibt immerhin einige, zum Beispiel Kalifornien, der bevölkerungsreichste Bundesstaat in den Vereinigten Staaten hat jetzt schon seit jeher eine sehr strikte Klimaschutzpolitik verfolgt und generell eine sehr weitreichende Umweltschutzpolitik. Und ich meine, es wirkt ja auf den ersten Blick immer so ein bisschen weich. Jeder Staat soll sagen, wie viel er mindern will und so. Er muss, also es gibt ein Globalziel und jeder Staat soll sagen, wie viel er macht. Und dann denkt man, ja, okay, und dann sagt einer, wir machen nichts oder was und so. Aber dieses Public Shaming, also dieser Image-Schaden, der da entsteht, der ist, glaube ich, ganz erheblich. Und das hat auch viele überrascht, dass es da doch eine große Dynamik offensichtlich zu geben scheint, bei Staaten sich sozusagen bei diesen Zielen zumindest auf dem Papier überbieten zu wollen. Und wie dumm zum Beispiel, wie gut das funktioniert, das sieht man daran, wie dumm Deutschland momentan dasteht. Die haben sich ja verpflichtet, bis 2020 im Vergleich zu 1990 40 Prozent ihres CO2-Ausstoßes zu minimieren. Das schaffen sie nicht. Ziemlich wahrscheinlich wird das nicht funktionieren. Unter anderem, weil sie eben nicht aus der Kohle ausgestiegen sind oder zumindest damit nicht begonnen haben und Kohlekraftwerke nicht abgeschaltet haben. Und so wie man das so lesen konnte, ja, waren die da halt, standen die so ein bisschen dumm da. Und da geht dir halt auch Macht flöten und Einfluss flöten, wenn du selber deine selbst gesteckten Ziele nicht erreichen kannst. Wenn du halt der Bad Guy bist. Ja, dann kannst du nicht sagen, jetzt macht ihr mal und macht ihr, macht ihr mal und dann gucken dich immer alle an, ja und ihr, ihr kriegt's ja auch nicht hin. Ja, was wird denn da so? So what's? Ja, genau. Und wenn du da in diesem Bereich was erreichen willst, dann hast du mehr Macht und mehr Chancen, das zu erreichen, wenn du deine selbst gesteckten Ziele, die möglichst ehrgeizig sind, auch erreichst. Und ja, dann kam natürlich gleich diese Meldung, ja, 18 Staaten steigen aus der Kohle aus. Ja, Frankreich, England, Kanada, Großbritannien etc. Das wirkte sehr plakativ. Und hat erstmal auf den ersten Blick Deutschland sehr unter Druck gesetzt. Muss man aber sagen, so Staaten wie Frankreich haben fast keine Kohle, nur Atomkraftwerke. Und da ihre, was ich nicht, ein, drei Viertel Kohlekraftwerke abzuschalten, das ist jetzt nicht so der Riesenschritt. Ja, aber immerhin haben es ein paar verkündet, das macht jetzt keinen Riesenunterschied. Aber ja, zeigt, finde ich, wohin die Reise geht und dass Deutschland da auch raus muss. Sehr schön. sind so niedrig besteuert wie keine andere Energieform. Und das muss sich einfach ändern, sagt er, muss natürlich raus aus der Kohle, sagt er. Und sein Punkt war vor allen Dingen der Emissionshandelsstern. Das finde ich ehrlich gesagt auch, das ist so die Idee, dem Schmutzen preiszugeben. Also, dass jede Tonne CO2 kostet halt irgendwas. Das gibt es schon in Europa. Das Problem ist nur, um das der Industrie, also die Idee ist, du als Kohlekraftwerk willst eine Tonne CO2 ausstoßen, brauchst du dafür einen Berechtigungsschein, ein Zertifikat. So, hast du genug Zertifikate, kannst du genug aus, kannst du das alles ausstoßen, stößt du mehr aus, als du Zertifikate hast, musst du dir Zertifikate nachkaufen. Das war ja mal die Idee. Das ist die Idee. Und hast du zu viele Zertifikate, kannst du die an andere verkaufen. So, das Problem ist, es gibt zu viele Zertifikate, um diese Industrie nicht zu belasten, wurden am Anfang viel zu viele Zertifikate ausgegeben. Zu viele Zertifikate bedeutet, der Preis pro Tonne ist zu niedrig. Der liegt irgendwie bei drei, vier, fünf Euro irgendwas. Und Edenhofer sagt, also, es müsste einen Mindestpreis geben von 30 bis 40 Euro je Tonne CO2. Er sagt, wenn das der Fall wäre, dann würde das funktionieren. Warum ist das so? Einfach, weil dieser Emissionshandel ja das Ziel verfolgt, einfach einen ökonomischen Anreiz zu setzen. Man arbeitet da nicht mit Verboten. Man sagt nicht, irgendwie Kohle ist so böse, dass wir die überhaupt gar nicht mehr verbrennen dürfen. Sondern man versucht einfach, sich so quasi diese automatischen Steuerungsfunktionen so in der Marktwirtschaft zu eigen zu machen oder zu Nutze zu machen für ein ökologisches Ziel. Der Preis oder die Kosten für die Umwelt sollen eben auch eingepreist werden in das Handeln der Wirtschaft. Und das finde ich, ehrlich gesagt, im Grundsatz eine schöne Idee. Man kann auf diese Art und Weise sanft steuern. Genauso wie man zum Beispiel, um nochmal einen Seitenhieb auf die Jamaika-Verhandlungen zu werfen, man könnte ja zum Beispiel auch hingehen, Autos höher zu besteuern, die eben sehr viel Sprit verbrauchen. Oder man könnte einfach versuchen, die Kraftfahrzeugsteuer stattdessen umzulegen auf den Kraftstoff. Das wäre auch eine Möglichkeit. Denn Autos sind ja nicht dann ein Problem, wenn sie irgendwo in einer Garage stehen, sondern Autos sind ökologisch betrachtet vor allem dann ein Problem, wenn sie rumfahren. Und insofern gibt es auch durchaus die Möglichkeit, im Kleinen ökologische Steuerungswirkung zu entfalten. Und genau das soll über diesen Emissionshandel auch passieren. Im Grundsatz eine gute Idee, aber natürlich nicht, wenn man so eine Art Inflation verursacht. Wenn man einfach zu viele Emissionsrechte auf den Markt wirft, sodass der Preis sinkt. Und dann kann diese Steuerungswirkung nicht so richtig erzielt werden. Genau. Und da sagt er vor allen Dingen auch, dieser Emissionshandel gilt vor allen Dingen jetzt auch für Strom, für die Stromerzeigung. Aber er sagt, das muss auf jeden Fall auf Wärmeerzeugung und auch den Verkehr ausgeweitet werden. Also dass auch Autos, Busse etc., Bahnen für jede Tonne CO2, die sie produzieren, ein Zertifikat brauchen. Und auch Heizkraftwerke. Und ein Zertifikat brauchen, wenn sie eine Tonne CO2 ausstoßen wollen. Das, sagt er, ist sozusagen das große Ziel. Von den Sondierungsverhandlungen habe ich da noch nicht viel gehört. Und man muss auch sagen, es gab so einen Brief diese Woche, glaube ich, oder war es schon letzte Woche, von 40, glaube ich, Industrieunternehmen. Adidas, VDMA, also der Verband der Maschinenbauer. Also ein riesen Wirtschaftszweig in Deutschland. Die haben gesagt, appelliert, Leute, geht weiter beim Klimaschutz. Da jetzt nicht auf die Bremse treten. Die Wirtschaft. Die Wirtschaft, ja. Und das deutet darauf hin, dass viele da eben schon sehr wohl erkannt haben, dass das Innovation ist, dass das Arbeitsplätze sind, dass das für die deutsche Wirtschaft nicht in erster Linie ein Problem ist. Im Gegenteil, es ist eine ganz große Chance sein kann, dass man eben technologisch wieder an der Spitze ist. Und das sind wir ja zum Beispiel bei E-Mobilität zurzeit nicht. Da gibt es ja eben E-Mobile oder Hybridautos zum Beispiel aus japanischer Produktion. Und bislang sehen wir da noch nicht so gut aus. Wobei ich neulich gehört habe, dass da auch schon bei deutschen Autobauern entsprechende Pläne in der Schublade liegen, die aber eben nicht umgesetzt werden, weil die Politik bislang noch die Signale aussendet. Also insbesondere natürlich die CDU, die Signale aussendet, eilt nicht. Ja, mit dem Elektroauto, die Verbrennungsmotoren werden wir noch ein paar Jahre decken. Aber die Industrie ist da im Grunde schon weiter als die Politik. Ja, und dann siehst du sowas wie, EU will neue Grenzwerte festlegen. Wer blockiert das? Wer blockiert das? Deutscher Außenminister, Gabriel, schickt einen Brief nach Brüssel und sagt, ja, Grenzwerte, aber macht sie bitte nicht zu streng. Außerdem diese Quote für Elektroautos, keine gute Idee. Nicht mit uns. Das kann sich sagen, das passt alles nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Also da hat Deutschland wirklich so diese Vorreiterrolle im Klima, ich würde nicht sagen verspielt, aber da ginge viel, viel mehr. Apropos, letzter Punkt vielleicht, der noch, sagen wir mal, so halb zusammenhängt mit diesem Thema. In dieser Woche wurde bekannt, dass der Siemens-Konzern ein drastisches Stellenabbauprogramm bekannt gegeben hat und Hintergrund ist in der Tat auch der ökologische Wandel, denn Siemens ist ja bislang sehr aktiv im Bereich Kraftwerksbau, Großturbinen und dieses Geschäftsfeld scheint sich in der Tat negativ entwickelt zu haben, einfach weil Energieversorgung immer dezentraler wird, sodass deutlich weniger Großanlagen gebraucht werden. Ja, das ist glaube ich deren größtes Geschäftszweig. Also Siemens ist ja so ein Riesenkonzern mit 350, glaube ich, 1000 Mitarbeitern weltweit und die haben irgendwie eine Menge Abteilungen, also von, weiß ich nicht, wie heißt das, Magnet-Tomografen bis Kraftwerke, alles bauen die ja, Handys machen sie jetzt nicht mehr seit ein paar Jahren. Und wie gesagt, diese Großkraftwerke und Energieversorgung, das sind zwei riesen Spaten bei denen und die laufen halt weniger, weil halt diese riesen, riesen, riesen Turbinen für riesen, riesen, riesen Kraftwerke nicht mehr so verkauft werden. Also die haben noch die Auftragsbücher wohl relativ voll, aber die Aufträge gehen eindeutig zurück, eben weil Energiewende überall dezentralere, kleinere Kraftwerke hervorbringt. Und deswegen haben die jetzt gesagt, entlassen wir 6.900 Leute, entlassen nicht, aber wir bauen die Stellen ab, das heißt die Leute werden nicht einfach auf die Straße gesetzt, aber diese Stellen sollen halt verschwinden. Die Hälfte davon in Deutschland, viele Werke, zwei, drei Werke in Ostdeutschland, Erfurt, glaube ich, Leipzig, sollen zugemacht werden, wo eben solche Turbinen gebaut werden, auch Berlin ist betroffen. Und da habe ich mich dann so gefragt, okay, Siemens, also es gibt diesen Strukturwandel, den kannst du ja nicht aufhalten und den will man ja auch nicht aufhalten. Man will ja jetzt nicht, sagen wir mal, große Kohlekraftwerke bauen, damit Siemens seine Turbinen verkaufen kann. Und ich denke, dass diese Energiewende da ist und dass erneuerbare Energien immer heißen, dezentrales System, ist auch klar. Die Frage ist nur, was macht man mit den Leuten? Hat Siemens schlicht möglicherweise Gehzeichen eine Zeit verpasst? Naja, die haben ja auch, also die haben ja auch eine große erneuerbare Energien-Sparte, da haben sie eine Windkraftproduktion, die haben sie jetzt zusammengelegt mit so einer spanischen Unternehmung, das läuft jetzt, glaube ich, läuft, aber auch nicht so, wie sie sich das, glaube ich, erhofft hatten. Ob sie das total verschlafen haben, weiß ich nicht, ich meine diese Großkraftwerke-Sparte und so, das ist natürlich traditionelles Kerngeschäft von denen, das gibt es seit Jahrzehnten, damit haben die immer sehr, sehr viel Geld verdient. Und das ändert sich jetzt und auch nachvollziehbar, ich meine, ja, es ist nachvollziehbar, dass diese Kraftwerke nicht mehr so gebraucht werden, in dem Maße zumindest nicht, wie sie früher gebraucht werden. Und was sollen die jetzt mit den Leuten machen? Ja, sie wollen sie auf offene Stellen innerhalb von Siemens vermitteln, das wird aber auch nicht für alle gelingen. Und jetzt heißt es ja, was machen wir denn mit den Leuten? Und ich würde nicht sagen, Siemens muss die alle behalten, sondern das ist so mit Strukturwandel, da gehen Arbeitsplätze verloren. Die Frage ist, wer ist dafür zuständig, diese Arbeitsplätze sozialverträglich abzubauen? Man kann die Leute nicht auf die Straße setzen, das kann man ihnen nicht zumuten, sondern sie müssen irgendwie eine Entschädigung bekommen und, 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 sodass das eben sozial okay für sie abläuft. Und da, finde ich, ist Siemens in der Pflicht. Die verdienen Milliarden, das brummt bei denen, ja, dieser ganze Konzern wird umgebaut und das läuft super. Und das, finde ich, können sie sich leisten, diese 6.100 Leute sozialverträglich, ja, mit ihnen umzugehen. Das ist aber ja auch geplant, ne? Ja gut, ist geplant, ja. Gut, klar, müssen jetzt abwarten. Aber weil alle immer aufholen und sagen, ja, okay, diese Leute werden entlassen. Große, große, große News. Ja, und da, 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 da finde ich, das schwingt immer so ein bisschen mit, das darf doch nicht sein. Ja, aber weißt du, da, da finde ich, da sind wir jetzt aber wieder an dem Punkt, das ist im Grunde derselbe Punkt wie bei den Paradise Papers. Ich finde diese moralischen Appelle an Industrieunternehmen, die haben immer, die haben aus meiner Sicht immer so ein bisschen was Skurriles. Das sind Unternehmen, die halten sich ans Recht, aber die werden niemandem auch nur einen Cent schenken. Ja, und wenn man das falsch findet, was die machen, da muss man ans Recht ran. Also deswegen werde ich da immer sehr einhaken, wenn ich irgendwie so moralinsaure Appelle an Unternehmen höre. Das ist einfach, das ist einfach aus meiner Sicht völlig unrealistisch. Ja, aber die operieren in einer Rechtsordnung und die sind verpflichtet, auf ihre Bilanzen zu achten. Das ist, das ist ja, das kann man, das kann man böse und falsch finden, aber das ist leider so, wie unsere, unsere sogenannte soziale Marktwirtschaft organisiert ist. Aber du würdest jetzt sagen, zum Beispiel, ich glaube, Ministerpräsident von Thüringen oder so, hat dann so appelliert an die soziale Verpflichtung des Unternehmens, auch dem Land gegenüber und der Region gegenüber. Aber schließlich sah man dahin, wie seit vielen Jahren. Das machen die dann, wenn das für das Unternehmen vorteilhaft ist, sonst machen die das nicht. Das heißt, die werden Sozialpläne auflegen, wenn das aus irgendeinem Grund... Aber was heißt denn das, Sozialpläne? Naja, das kann ich jetzt im Detail auch nicht sagen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle. Aber ich finde, ich finde das einfach wirklich, das führt in die Irre, wenn man ständig anfängt, an Unternehmen moralisch zu appellieren. Das kann man machen, aber das ist ehrlich gesagt eine Politiker-Sonntagsrede. Das ist letztlich Quatsch. Das liest sich auch total hilflos. Ja, das ist ja auch hilflos. Es liest sich deswegen so hilflos, weil es so hilflos ist. Ehrlich gesagt belügen die Politiker da ihre Wählerinnen und Wähler. Sie tun so, als wenn sie jetzt irgendwie Einfluss nehmen könnten. Das ist nur in seltenen Ausnahmefällen der Fall, zum Beispiel, wenn es quasi politische Steuerungsmöglichkeiten gibt. Stichwort VW Niedersachsen. Das Land Niedersachsen hat einen relevanten Anteil an den VW-Aktien. Ich weiß nicht, glaube ich. Auf jeden Fall so, dass sie viele Unternehmensentscheidungen mitbestimmen können, auch wenn sie nicht die Mehrheit haben im Unternehmen. Und da ist es natürlich ein bisschen was anderes. Aber ansonsten ist es genau wie du sagst, Philipp, es ist eigentlich ein hilfloser Appell. Und wenn man findet, dass Unternehmen sich falsch verhalten, dann, sofern sie sich natürlich im Rahmen der geltenden Rechtsordnung bewegen. Also wenn Unternehmen schlicht das Recht brechen, das ist ein anderer Fall. Dann kann man sich aufregen und im Zweifel ist es dann ja auch vielleicht strafbar. Aber solange sich Unternehmen innerhalb des geltenden Rechts bewegen und man findet das moralisch falsch, dann ist das Recht das Problem. Da muss man eben sich politisch dafür stark machen. Und Politiker, die sagen, mach doch mal bitte liebes Unternehmen, aber zugleich die Rechtslage nicht ändern, die handeln im Grunde zynisch. Ja und ich finde, Siemens ist auch ein gutes Beispiel, dass das Argument stärkt, Deutschland muss diesen Weg weitergehen. Die müssen diese Energiewende als Chance begreifen und die kommt, die ist da und das ist der Weg, in den die Welt geht. Und jetzt zu sagen, da geht ja aber das Großturbinenwerk, wird ja abgebaut und muss man sagen, ja, das ist so. Und gerade deswegen müssen wir mehr in erneuerbare Energien investieren, damit da die Arbeitsplätze entstehen. Und möglicherweise ist es, würde ich da eher sogar eine Teilschuld bei denjenigen Politikerinnen und Politikern suchen, die immer noch versuchen, eben quasi alte überkommende Industriezweige irgendwie zu schützen. Stichwort Verbrennungsmotoren, anstatt denen einfach klar zu sagen, liebe Leute, war jetzt schön gewesen, seit 1800 noch ein bisschen gab es Benzinmotoren, aber jetzt ist es mal vorbei. Ihr müsst jetzt eben umbauen auf anderen Formen der Mobilität. Genau, da war ja so ein bisschen diese Elektroquote in der EU im Spiel und ich habe gedacht, ja, erstmal klingt das ganz gut, aber dann dachte ich auch wieder, was Umweltschützer auch so gefordert haben, ist die sagen, naja, mach lieber strenge Grenzwerte. Mach lieber strenge Grenzwerte. Wie die Industrie das dann erfüllt, ist dann deren Sache. Vielleicht ist es Elektro, vielleicht ist es irgendwie was anderes, vielleicht ist es, weiß ich nicht, Brennzelle oder weiß der Fuchs, aber so eine Technologie vorzugeben, finde ich manchmal auch schwierig. Aber generell würde ich das auch sagen, ja, das ist doch gar keine Frage, dass Kohle ein Auslaufding ist, dass der Verbrennungsmotor ein Auslaufding ist. Ja, das müsste man mal mit, in diesem Fall ist ja die FDP, die das insbesondere blockiert. Ja, wir haben diese Woche einen Putsch zu vermelden, der aussieht wie ein Putsch, der riecht wie ein Putsch, fühlt sich an wie ein Putsch, aber die, die geputscht haben, sagen, es war kein Putsch. Und zwar geht es um Zimbabwe, ein wunderschönes und sehr fruchtbares Land in Afrika und Eigentum, hätte ich jetzt fast gesagt, des langjährigen 93 Jahre alten Führers Robert Mugabe, der seit der Unabhängigkeit Zimbabwe bis 1980 da am Ruder ist und am Anfang als Hoffnungsträger galt, weil er die Wirtschaft nach vorne gebracht hat, Bildung nach vorne gebracht hat, Gesundheitswesen nach vorne gebracht hat, aber im Laufe dieser 40 Jahre ist er mutiert in einen der fiesesten Diktatoren, die Afrika so hervorgebracht hat und das will ja auch schon was heißen. Und man dachte, das geht jetzt die nächsten 130 Jahre so, aber diese Woche, Mittwoch, hieß es Putsch, der keiner ist. Und jetzt ist also so, dass Robert Mugabe und seine Frau unter Hausarrest sind, die durften kurz nochmal jetzt diese Woche auch nochmal eine Ansprache halten, Robert Mugabe in der Uni, aber im Prinzip ist er unter Hausarrest, seine Frau hat man seit Mittwoch nicht mehr gesehen und das Militär hat offensichtlich die Macht übernommen. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen Ordnung reinbringen, das machen wir mit Lea Börgerding. Moin Lea. Hallo. Hallo Lea, herzlich willkommen in der Lage der Nation. Sehr schön, dass du wieder dabei bist. Sag mal, also ich habe es so ein bisschen skizziert, Mugabe ist unter Hausarrest. Jetzt höre ich oder lese ich, dass Zehntausende in Harare, der Hauptstadt von Zimbabwe, demonstrieren Seite an Seite mit den Putschisten des Militärs und sich freuen offensichtlich, oder fordern vielmehr, dass Mugabe jetzt die Macht abgäbe. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, also die Situation ist vor allem nach dem 6. November eskaliert. Da hat Mugabe nämlich seinen Vizepräsidenten Minangagwa gefeuert, der ihm im Machtkampf um die Präsidentschaftswahl, die im nächsten Jahr stattfinden soll, gefährlich nahe gekommen ist. Und Minangagwa wiederum hat enge Beziehungen zum Militär und dem Verband der Kriegsveteranen, die auch mit die Partei bilden von Mugabe. Er war lange enger Verbündeter von Mugabe, aber ist ihm wie gesagt in letzter Zeit zu nahe gekommen, wurde dann gefeuert und daraufhin ist das Militär eingeschritten. Und eigentlich geht es ja auch um seine Frau, die wollte ja quasi auch ihn beerben, der ja nun auch schon 93 ist. Genau, also Mugabes Idee war jetzt in letzter Zeit, hat sich herauskristallisiert, dass er eigentlich wollen würde, dass seine Frau, die relativ jung ist, 53, und den jüngeren Flügel der Partei, die Generation 40 führt, dass die an die Macht kommen soll in der nächsten Wahl. Und damit haben viele Leute in Zimbabwe ein Problem. Genau, die gilt als ziemlich kleptoman, also auch ihre Söhne und so. Also die gönnen sich wohl einiges an Hubschrauberflügen und Einkäufen in Dubai etc. Also Mugabe wird ja immer so nachgesagt, dass er selber gar nicht so ein Kleptokrat ist, aber seine Frau und seine nahe Verwandtschaft sich doch da ganz ordentlich bedienen. Und das heißt, was ist jetzt der Stand? Also der Stand ist, dass Mugabe unter Hausarrest steht und seine Frau auch. Du hattest ja schon gesagt, Philipp, dass man die seit Mittwoch nicht mehr gesehen hat. Mugabe ist kurz aufgetreten, aber letztendlich ist er entmachtet. Er ist aber noch nicht offiziell abgetreten. Und da ist jetzt die Frage, was als nächstes passiert. Und sag mal, warum muss uns denn dieser Putsch interessieren? Naja, also ich glaube, zum einen ist es einfach ein historischer Moment. Das ist der Sturz des ältesten Präsidenten und Diktatoren der Welt und das nach 37 Jahren an der Macht. Also wie ihr schon gesagt hattet, seit der Unabhängigkeit Zimbabwe ist Mugabe der Präsident. Und das allein ist schon historisch genug. Zum anderen ist es natürlich auch, ist jeder Putsch eine Gefahr für die Stabilität eines Landes und auch für die ganze Region im Süden Afrikas. Und da kommt hinzu, dass seit den frühen 2000ern viele Menschen aus Zimbabwe geflohen sind, in die umliegenden Staaten, vor allem nach Südafrika, aber auch nach Botswana und Mosambik. Und wenn sich die Situation nun weiter verschlechert in Zimbabwe, was zudem noch ein extrem armes Land ist, dann ist natürlich denkbar, dass es da zu weiteren Flüchtlingsströmen oder Destabilisierung in der Region kommen könnte. Würdest du denn jetzt sagen, dass zurzeit das Land tatsächlich eher stabilisiert oder destabilisiert ist? Denn man kann ja kritisch die Frage stellen, ob nicht eigentlich das, was der Mugabe da gemacht hat, sich von der Verfassungsordnung des Landes entfernt, indem er da so eine Art dynastisches Prinzip einführt und seine Ehefrau zunächst mal versucht hat, als Vizepräsidentin zu etablieren und ihr damit quasi eine Pole-Position verschafft hat, um dann ganz nach der Macht zu greifen. Ist nicht eigentlich das, was Mugabe gemacht hat möglicherweise, dass quasi der Verfassungsbruch und möglicherweise stellt das Militär jetzt ja nur die Verfassungsordnung wieder her. Das jedenfalls ist ja die Argumentation der Offiziere, die sagen, das ist eigentlich gar kein Putsch, sondern wir sind diejenigen, die die Unabhängigkeit des Landes sichern und die Verfassung von 1980 verteidigen. Was würdest du denn davon halten? Also ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen, wie damit umgegangen wird. Dass natürlich hoffen in Zimbabwe und im Ausland viele auf faire und demokratische Wahlen jetzt danach, dass dadurch, dass Mugabe nicht einfach vielleicht weiter im Amt bleibt oder seine Frau, dass es da eine Chance auf einen demokratischen Wechsel gibt. Das wahrscheinlichste Szenario laut Expertenmeinung ist aber einfach, dass der Vizepräsident Menangagwa davon profitiert und da als Präsident installiert wird. Und letztendlich gehen viele davon aus, dass sich dadurch nicht besonders viel ändern würde. Denn er ist auch, war jahrelang an Mugabes Seite gestanden, war an den Menschenrechtsverletzungen beteiligt und wird letztendlich die alten Strukturen wahrscheinlich weiterführen. Und das ist ja auch keine, sagen wir mal, keine richtige Oppositionspartei, sondern es geht da ja im Prinzip um so Flügelkämpfe innerhalb dieser Regierungspartei, der Sano-PF. Also zu der gehört Mugabe, zu der gehört der Vizepräsident, zu der gehören irgendwie alle, die da gerade, sagen wir mal, um die Macht kämpfen. Das ist jetzt ja auch kein wirklich alternatives Modell, was dazu wahrsteht. Ein bisschen wie in Bayern, wenn wir jetzt in der CSU-Vizepräsidenten sind. Okay, das ist natürlich polemisch. Nein, aber es ist schon, glaube ich, so wie Philipp sagt, das ist ja in der Tat jetzt vor allem so ein Flügelkampf, glaube ich, innerhalb der Regierungspartei der Sano-PF. Kann man das so sagen? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Was jetzt natürlich noch unklar ist, ist, ob 2018 eben diese Wahlen stattfinden werden. Und was dann auch denkbar sein könnte, wäre so eine längere Übergangsphase mit einer Übergangsregierung. Das war jetzt ins Spiel gebracht worden, wo dann gegebenenfalls auch die Opposition, die Movement for Democratic Change mit eingebunden werden könnte. Die ist allerdings, wie ich das verstanden habe, sehr schwach. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen den Blick von Zimbabwe auf den afrikanischen Kontinent generell weitet, dann entsteht auch schnell das Bild, dass es einfach in Afrika relativ viele Staaten gibt, die nicht besonders stabil sind, wo jedenfalls es mit der Demokratie nicht so wahnsinnig weit her ist. Also jedenfalls, wenn man sich mit Afrika nicht im Detail beschäftigt, kann ja schon der Eindruck entstehen, dass es in dem Kontinent einfach große Probleme gibt, insbesondere mit demokratischen Machtwechseln. Dass halt, dass quasi jemand abgewählt wird, das führt häufig dazu, dass dann die demokratischen Strukturen zerbrechen. Kann man das sagen? Dass er sich weigert zu gehen. Dass er sich weigert zu gehen. Oder das ist ein Militärputsch. Also das ist ja in Afrika jetzt, ich will nicht sagen an der Tagesordnung, aber doch häufiger als in Europa der Fall, um es mal auch zuzuspitzen. Kann man dafür verergemeinernde Gründe angeben, warum das denn tatsächlich so ist? Oder ist das eigentlich eine unzulässige Verergemeinigung, wenn man sagt, in Afrika gibt es halt das und das Problem? Also generell ist es schwierig zu verergemeinern. Es gibt auch in Afrika funktionierende Demokratien wie Benin oder Ghana. Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, das einfach so hinzustellen. Aber was schon der Fall ist natürlich, ist, dass viele afrikanische Länder unter den Folgen des Kolonialismus leiden. Und da nicht nur unter der Ausbeutung, sondern auch darunter, dass ihre Staatsgründungen vielleicht nicht so organisch, sondern eher künstlich entstanden sind. Dass Grenzen einfach da gezogen wurden, wo vielleicht sonst natürlicherweise keine Staatsgrenzen entstanden wären. Und dass eben durch die schnelle Regierungsbildung nach der Unabhängigkeit auch keine politischen Strukturen organisch entstanden sind, sondern dass die Institutionen der Europäer und der Kolonialisten einfach übernommen wurden. Und deshalb gibt es einfach auch in vielen Ländern schwache Institutionen. Und das könnte ein Grund dafür sein. Ja, ich meine, es gibt ja Südafrika, gibt es ja auch noch. Also, aber ich meine, das Ende des Kolonialismus ist ja nun auch schon eine Weile her. Also man kann ja sagen, das ist je nach Land 65er, 70er Jahre, das ist ja nun auch schon eine Weile her. Ja, aber da ist in vielen Ländern nicht wirklich ein institutionelles Fundament entstanden, was so demokratische Machtwechsel zuverlässig ermöglicht, oder? Ja, ich glaube, das, wie gesagt, das kann man nicht verallgemeinern sagen, aber auf gewisse Staaten wird das wahrscheinlich schon zutreffen. Und eine Sache, die noch dazu kommt, was zum Beispiel der Afrika-Korrespondent der Süddeutschen geschrieben hatte, ist, dass Revolutionsführer wie Mugabe, also jetzt ganz konkret in Bezug auf Zimbabwe, meist auch einfach nicht die besten Demokraten sind. Also er hat geschrieben, Geschlossenheit um jeden Preis, Todesbereitschaft oder Kompromisslosigkeit waren entscheidende Tugenden im Kampf gegen koloniale Unterdrücker. In einer Demokratie ist eher das Gegenteil gefragt. Und was er damit, glaube ich, sagen will, ist, dass die Eigenschaften der Revolutionspartei, wie sie zum Beispiel die SenoPF von Mugabe hat, sich nicht unbedingt mit demokratischer Staatsführung vereinbaren lassen, wo es eben auch Kompromisse braucht. Jetzt ist ja ein bisschen die Frage, wie es weitergeht. Also häufig ist es ja dann so, dass ein Militär putscht und sagt, das ist kein Putsch und wir wollen hier alles demokratische Wahlen ermöglichen. Und dann zieht sich's und zieht sich's und zieht sich's und zieht sich's. Und am Ende sagt das Militär, ach, wir sind eigentlich die Einzigen, die das hier regeln können und bleiben dann doch an der Macht. Also das ist eben schon gesagt. Da stehen jetzt eigentlich Wahlen an im nächsten Jahr. Möglicherweise sagt das Militär, okay, das organisieren wir nur. Und können dann halt Kandidaten antreten. Wie soll denn jetzt die EU und Deutschland auf sowas reagieren? Sollen die einfach zuschauen und abwarten? Oder was schwebt da vor? Also de facto sind die Einflussmöglichkeiten aus dem Außen natürlich beschränkt. Man kann ja nicht jetzt einfach reingehen, ohne dass es dort zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist und dort eingreifen in Zimbabwe. Was man natürlich machen kann, ist als internationale Staatengemeinschaft auf eine friedliche Lösung drängen und da vielleicht diplomatischen Druck aufbauen. Das hat zum Beispiel Südafrika gemacht. Das hat die Afrikanische Union gemacht, indem sie damit gedroht hatten, wenn hier ganz klar die Verfassung missachtet wird oder militärisch agiert wird, dann könnten sie vielleicht einschreiten. Deutschland zeigt sich aber bisher relativ verhalten, würde ich sagen. Also ich habe ein Interview gelesen mit dem Afrika-Sprecher der Regierung und letztendlich hofft man natürlich auf Demokratie, aber viel kann man von außen jetzt nicht machen. Ja, das habe ich auch gehört im Deutschlandfunk, vom Afrika-Beauftragten im Entwicklungshilfe-Ministerium. Genau, das habe ich auch gehört. Das klang auch, sagen wir mal, ja, appellativ, aber mehr war da jetzt auch nicht rauszuhören. Würdest du denn, Lea, die europäischen Staaten in einer besonderen Verantwortung sehen dafür, dass das Nation Building, wie das so schön heißt, also der Aufbau funktionierender staatlicher Strukturen in Afrika funktioniert, zum Beispiel aufgrund der Kolonialgeschichte? Also ich würde sagen, generell hat Europa schon eine große Verantwortung gegenüber Afrika, auch wegen der Kolonialvergangenheit, worüber wir jetzt ja gerade schon gesprochen hatten, aber eben auch wegen dem, was nach dem Ende der Kolonialzeit passiert ist. Also man hat ja in vielen afrikanischen Staaten von der EU oder den USA jahrelang auch Despoten unterstützt, die ihre eigenen Interessen über die der Bevölkerung gestellt haben und unter anderem, wie ihr auch schon gesagt hattet, Mugabe. Und da ist dann die Zuständigkeit auch nach der Kolonialzeit eben noch da. All right. Ja, letzter Punkt, den wir uns noch notiert hatten, den ich auch sehr spannend finde. Man muss die Situation in Afrika generell, aber auch in Symbapfe natürlich auch immer so ein bisschen im Kontext mit der gegenwärtigen Flüchtlingssituation in Europa betrachten. Stichwort Bekämpfung von Fluchtursachen. Denn es ist ja so, dass neben den Menschen, die wegen Bürgerkriegen fliehen, zum Beispiel aus Syrien, eben auch sehr viele Menschen aus Afrika ihren Weg nach Europa suchen, wo es eben nicht notwendigerweise tatsächlich um Verfolgung geht. Das müssen die häufig sagen, weil es sonst nicht klappen würde mit dem Aufenthalt in Europa, aber wo Hintergrund der Flucht tatsächlich eigentlich eher wirtschaftliche Überlegungen sind. Und insofern wird ja auch sehr häufig als eine Lösung propagiert, dass man tatsächlich versucht, die Lebensbedingungen in Afrika zu verbessern, sodass die Menschen sich gar nicht erst auf den Weg machen müssen. Was würdest du denn denken, Lea, was kann denn Europa tatsächlich tun, um die Lebenssituationen vor Ort nachhaltig zu verbessern? Ja, das ist natürlich ein riesiges Fass jetzt, was man da aufmacht. Also ich denke, dass die letzten Jahrzehnte ja gezeigt haben, dass vielleicht eine klassische Entwicklungspolitik, wie es sie nach der Dekolonialisierung gab, nicht ausreichend war, dass dort eher Abhängigkeiten geschaffen wurden als Unabhängigkeiten der Staaten, unter anderem durch hohe Verschuldung oder wie auch immer. Und von der Bundesregierung hat man jetzt ja zum Beispiel mit dem Marshallplan mit Afrika darauf reagiert. Das ist eine Initiative des Bundesentwicklungsministeriums. Und da geht es darum, dass nachhaltigere wirtschaftliche Partnerschaften entstehen. Auf Augenhöhe wird das dann oft genannt. Und die Grundlogik ist eigentlich, dass durch Investitionen durch deutsche Unternehmen dort in Afrika eben die Wirtschaft wächst, Arbeitsplätze entstehen und dass Initiativen für Leute entstehen. Und dass sie auch dort bleiben wollen, dass sich die Lebensbedingungen eben verbessern. Ja, das Ding ist ja, ich habe das neulich auch in der SZ irgendwo gelesen, da waren zwei Punkte gemacht, dass so Entwicklungshilfepolitik eigentlich mittlerweile deutsche Innenpolitik geworden ist. Das war das Argument und zwar mit zwei Argumenten. Einmal, dass deutsches Geld vor allen Dingen jetzt dahin fließt, zu Regierungen, die eben möglichst viel tun, um Menschen nicht abhauen zu lassen. Also Mali war da ein Beispiel, wo dann eben das Militär die Straßen nach Norden kontrolliert durch die Sahara kontrolliert und nicht alle, aber viele dann eben zurückgewiesen werden, dargelassen werden. Und dass Mali da durchaus signifikante dreistellige Millionensummen jetzt kriegt, der Chef von Mali, der hatte eine Milliarde gefordert. So viel ist es jetzt wohl noch nicht. Aber dass es da eben auch weniger mehr um, ist das jetzt ein demokratisches Land oder eine demokratische Regierung geht, sondern halten die Leute die Flüchtlinge auf. Das war das erste Argument. Und das zweite, das fand ich ganz interessant zu dem, was du jetzt sagst, dass auch diese Politik, ja, wir wollen die Lebensverhältnisse vor Ort verbessern, ein zweischneidiges Schwert ist, weil das stand zumindest in der SZ, dass es tatsächlich oft so ist, dass gerade aus Ländern, wo die Menschen viel Geld verdienen, relativ viel Geld verdienen und relativ wohlhabend sind, die Leute auch eher abhauen, weil sie eben das Geld haben, um zu fliehen. Das ist noch immer, weil der Wohlstand halt ist zwar für Afrika dann relativ hoch, aber verglichen mit Europa und anderen Staaten eben dann doch nicht. Aber trotzdem ist das Einkommensniveau dann so hoch, dass sie sich diese Reisen und diese Flucht eher leisten können. Also nur zu sagen, wir steigern wieder den Wohlstand und das durchschnittliche Einkommen, scheint nicht hundertprozentig eine Fluchtursachenbekämpfung zu sein. Das fand ich irgendwie, oder? Ja, und ich glaube, das ist auch ganz interessant, nochmal zum Beispiel, um zu Zimbabwe zurückzukommen, weil nämlich aus Zimbabwe die allermeisten Menschen, die von dort flüchten, es auch gar nicht nach Europa schaffen. Und das liegt natürlich auch an wirtschaftlichen Gründen. Zimbabwe ist ein extrem armes Land und die Menschen, die von dort flüchten, flüchten meistens einfach in umliegende Länder. Und ich glaube, in Deutschland sind 2016 knapp über 200 Leute aus Zimbabwe angekommen. Das ist natürlich noch keine große Zeit. Ja, ich denke, damit haben wir einen ganz guten Überblick bekommen über die Situation in Zimbabwe konkret und auch quasi über den Kontext, in dem dieses Land steht. Ganz herzlichen Dank, Lea, dass du bei uns zu Gast warst und noch ein schönes Wochenende. Bis bald. Ja, euch auch. Tschüss. Ciao. Ja, und jetzt begrüßen wir in der Lage der Nation unseren heutigen Gast. Und zwar haben wir eingeladen Professor Dr. Katharina Mangold. Sie ist Privatdozentin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und vertritt zurzeit den Lehrstuhl von Susanne Bär an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und zwar einen Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien. Herzlich willkommen, Katharina. Vielen Dank. Wir möchten mit dir sprechen über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die inzwischen schon eine gute Woche alt ist. Und zwar zum sogenannten dritten Weg. Da hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige gesetzliche Lage für verfassungswidrig erklärt, wonach Personen entweder ein männliches oder ein weibliches Geschlecht angeben mussten gegenüber den Personenstandsbehörden oder allenfalls sagen konnten, dass sie kein Geschlecht angeben. Sie konnten aber nicht explizit angeben, dass sie quasi ein drittes Geschlecht haben, nämlich divers. Was ist denn eigentlich die Kernaussage dieser Entscheidung aus deiner Perspektive? Die Entscheidung ist sogar schon etwas älter. Sie stammt nämlich vom 10. Oktober und ist jetzt nur letzte Woche am Mittwoch bekannt gegeben worden. Und zwar lustigerweise am Intersex Day of Solidarity, wo man schon vermuten kann, dass das Verfassungsgericht, vielleicht die Pressestelle sich was dabei gedacht haben. Die Entscheidung hat festgehalten, dass die bisherige Regelung im Personenstandsrecht, wonach, wie du gesagt hast, das Geschlecht mit entweder männlich oder weiblich angetragen werden muss oder offengelassen werden kann, dass das jene Personen in ihren Grundrechten verletzt, die sich weder als männlich noch als weiblich empfinden. Für die gab es bislang nur die Möglichkeit, dass sie den Geschlechtseintrag offen lassen. Diese Möglichkeit existierte seit 2013. Und das Verfassungsgericht hat nun gesagt, dass das sowohl gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht als auch gegen den Anspruch auf Nichtdiskriminierung wegen des Geschlechts verstößt von Personen, die sich nicht nur offen lassen wollen, die also nicht ein rechtliches Nullum, etwas Nichts existierendes sein wollen, sondern die tatsächlich sich in einer nicht-binären Geschlechtsidentität wahrnehmen und das auch anerkannt haben wollen. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass diese Norm gegen die Verfassung verstößt, die es nur zulässt, diesen Geschlechtseintrag offen zu lassen. Und hat aber nicht selbst vorgegeben und konnte das auch nicht vorgeben, wie nun eine Neuregelung auszusehen hat. Man kann ja manchmal eine Norm einfach wegstreichen und dann ist das die Rechtslage, die entsteht. Aber in diesem Fall wäre das natürlich keine Lösung gewesen. Deswegen hat das Gericht erklärt, die Norm im Personenstandsrecht für unvereinbar mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz und hat den Gesetzgebungsorganen bestimmte Vorgaben gemacht, was sie beachten müssen bei einer etwaigen Neuregelung. Also bevor wir jetzt diese Neuregelung zu sprechen kommen, vielleicht nochmal so ein bisschen zu erklären, Personenstandsrecht, wo ist das relevant? Also wo muss man angeben, Geschlecht, ja, nein, männlich, weiblich oder freilassen? In welchen Zusammenhängen ist das wesentlich? Normalerweise wird das Geschlecht bereits bei der Geburt eines Kindes eingetragen. Das Geschlecht gehört zu den in der Geburtsurkunde einzutragenden Daten. Und bis 2013 war es eben so, dass da nur männlich oder weiblich stehen konnte. Ab 2013 wurde dann aufgrund eines Gutachtens des Deutschen Ethikrates in so einer halbgaren Minimallösung hinzugefügt, es könne auch Leute geben, bei denen das nicht eindeutig ist. Das sollen ungefähr zwei Prozent aller Neugeborenen sein, die auf die Welt kommen, bei denen das Geschlecht nicht eindeutig zu bestimmen ist, dass es bei denen erstmal offen gelassen wird. Nun ja, dann weiß man aber natürlich nicht, was damit weiter passiert. Und in der Folge war dann auf diesen Geburtsurkunden von diesen Menschen eben der Eintrag offen gelassen. Die Rechtsprechung hat das dann recht rasch erstreckt auf Menschen, die schon vor vielen Jahren Geburtsurkunden bekommen haben, wo eben männlich oder weiblich drauf stand, obwohl sie selber nicht männlich oder weiblich sind, sondern intergeschlechtlich. Und das hat dann eben Konsequenzen bei allen Situationen, bei denen man Geburtsurkunden oder einen Registerauszug vorlegen muss, bei Behörden. Das sind Situationen wie etwa die Eheschließung oder damals auch noch die Eintragung einer Lebenspartnerschaft. Das sind aber auch ganz alltägliche Dinge wie Behördengänge, Pass, Personalausweis, Anmeldung bei der Schule, Anmeldung bei der Universität. Ganz alltägliche Dinge, bei denen immer wieder dieser Geschlechtseintrag vorgezeigt wird. Und jetzt gibt es ja, du sagst, es gibt ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Arten, sagen wir mal, dieser Geschlechterbestimmung. Das eine ist die biologische Art, dass es sozusagen biologisch nicht feststellbar ist, eindeutig, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und dann gibt es ja aber auch viele, die sind vielleicht biologisch eindeutig zu bestimmen per Geschlecht, fühlen sich aber nicht so. Also biologisch eindeutig Mann, fühlt sich aber wie eine Frau. Haben die jetzt auch das Recht, sich quasi anders zu entscheiden und divers eintragen zu lassen? Das ist eine interessante Frage. Das Verfassungsgericht hat jetzt in seinem Beschluss zunächst nur entschieden für die Person von intergeschlechtlichen Menschen, die eine Geschlechtsidentität haben, jenseits von männlich und weiblich und die das aktiv bezeichnet haben wollen. Die eben nicht einfach nur als nichts bezeichnet werden wollen, sondern aktiv eine Bezeichnung haben wollen, eben wie zum Beispiel divers oder inter oder ähnliches. Aber ist das jetzt biologisch oder ist das die Identität? Klingt ja so ein bisschen so, ich bin zwar biologischen Mann, aber fühle mich wie eine Frau. Deswegen ist es meine Identität als Frau zu sein, deswegen würde ich da, oder vielleicht bin ich, ja weiß ich nicht, kann man sich dann als Frau eintragen lassen? Also es wäre auch möglich. Das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Das Verfassungsgericht hat in dem Anlassfall nur über die Person, eine Person von Intergeschlechtlichkeit gesprochen. Das heißt? Eine Person, die eine Abirrung hat, so wird das in der Medizin genannt, aber das sind natürlich auch alles schon wertende Begriffe, die eben kein weiteres Chromosom hat, anhand dessen sich das Geschlecht bestimmen lässt. Das nennt man Monosomie. Die hat also, diese Person hat nur ein X. Also in dem Fall dieser, um das gerade mal ein bisschen, wir müssen das ein bisschen plastischer machen, damit das für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen klar wird, worum es eigentlich geht. Also hier geht es um einen Menschen, der biologisch schon von seinen Chromosomen her weder Mann noch Frau ist. Das heißt also bei diesem Menschen, der da konkret in dieses Verfahren in Karlsruhe geführt hat, der ist tatsächlich biologisch keinem der beiden klassischen Geschlechter zuzuordnen. Aber die Frage von Philipp zielte jetzt ja darauf, was ist denn mit Menschen, die biologisch Mann oder Frau bestimmbar wären, ja zum Beispiel anhand der primären Geschlechtsmerkmale, die aber rein von ihrer Empfindung her sagen, ich mag ja aussehen wie ein Mann oder aussehen wie eine Frau, ich fühle mich aber keinem Geschlecht korrekt zuzuordnen. Oder ich fühle mich dem anderen Geschlecht zugeordnet. Das ist ja nicht das Problem. Ich fühle mich dem anderen zugeordnet, das ist nicht das Problem, da gibt es schon eine Lösung. Das sind Transsexuelle, das können wir auch nochmal besprechen, aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es um die Menschen, die weder noch sind. Also wie ist jetzt nochmal die Frage ein bisschen zugespitzt, also wie gesagt, biologisch einem bestimmten Geschlecht zuzuordnen, aber von der Identität her unklar. Was ist denn mit den Menschen? Gilt die Entscheidung auch für die? Ich denke, dass man das da rauslesen kann, dass man das aus dieser konkreten Entscheidung jetzt lesen kann, weil das Verfassungsgericht an verschiedenen Stellen, also der erste Senat in seinem Beschluss, an verschiedenen Stellen nur von Geschlechtsidentität spricht. An einer anderen Stelle schreibt der Senat auch von Varianten der Geschlechtsentwicklung, wo man so ein bisschen noch reinlesen kann, dass es eine körperliche Verankerung dieser Intergeschlechtlichkeit geben muss. Wenn man es aber zusammensieht mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zu den Transfällen, wo also Personen das Geschlecht wechseln wollen und vor allen Dingen den jüngeren Entscheidungen dazu, dann kann man sehen, dass das Gericht zunehmend auf die Selbstbestimmung, auf das Selbstempfinden zurückgeht und eben nicht mehr eine körperliche Anbindung letztlich verlangt. Sodass aus meiner Sicht man schon argumentieren kann, dass hier der Weg hin ist, wegzugehen von der körperlichen Determiniertheit des Geschlechts und es tatsächlich auf die Geschlechtsidentität als Selbstempfinden zugeht. Okay, und jetzt hast du gesagt, ungefähr zwei Prozent aller Neugeborenen sind biologisch nicht eindeutig zuzuordnen. Dann wird es nochmal, weiß ich nicht, wahrscheinlich eine recht unbekannte Zahl von Leuten geben, die sich, sagen wir mal, von ihrem Empfinden her weder als Mann noch als Frau empfinden. Aber das sind ja keine, das sind ja keine Massen. Worin liegt für dich die Bedeutung dieses Urteils? Bei Minderheitenrechten, was die Grundrechte ja in einer Fundamentalfunktion immer sind, da geht es eben nicht darum, ob viele von einem Phänomen betroffen sind. Und es reicht vollkommen aus, dass es wenige sind, die aber fundamental betroffen sind. Grundrechte, Fundamental Rights auf Englisch, die fundamental betroffen sind in dem, was sie ausmacht als Person. Und für die davon Betroffenen, und das schreibt das Verfassungsgericht in sehr, sehr einfühlsamen Worten in diesem Beschluss, ist das eine fundamentale Erfahrung, nicht anerkannt zu werden als das, was sie sind, nach ihrem Selbstfinden. Und da geht es eben nicht darum, ob das nun wenige Fälle sind, weil es für diese Menschen ihr ganzes Leben ausmacht und deswegen eine existenzielle Bedeutung hat, die geschützt wird, auch wenn es nicht dem Empfinden der Mehrheit entspricht. Aber was bedeutet denn jetzt diese Entscheidung eigentlich in der Praxis, was muss denn jetzt eigentlich geschehen? Du hattest eben schon darauf hingewiesen, das Bundesverfassungsgericht hat die entsprechende gesetzliche Regelung im Personenstandsrecht für verfassungswidrig erklärt, aber nicht für nichtig. Das kennt man auch anders, zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung damals wurde ja in weiten Teilen für nichtig befunden und das ist auch vielleicht ein häufiger Fall, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist nichtig, dann ist die Regelung quasi aus dem Gesetzbuch gestrichen. Aber was ist denn jetzt in einem solchen Fall, wenn sie nur für verfassungswidrig gehalten wird? Was gilt dann quasi für den Übergang und was muss der Gesetzgeber jetzt tun? In dem konkreten Fall der dritten Option wäre es für die betroffenen Personen natürlich noch viel schlechter, wenn sie nicht einmal den Geschlechtseintrag offen lassen könnten. Ja, wenn also wieder die ursprüngliche Situation, es gibt nur männlich oder weiblich, herbeigeführt würde. In dieser Situation hat das Gericht nun gesagt, die Gesetzgebungsorgane können auf verschiedene Weise einen verfassungsgemäßen Zustand herbeiführen und seid ihr noch da? Ja, wir sind noch da. Ah ja, weil ich gerade so eine Anzeige hatte. Soll ich nochmal anfangen? Nee, mach einfach mal weiter. Also die Option, du sagst, also gestrichen wird es nicht, weil dann wäre die Situation schlechter. Jetzt ist es für nicht vereinbar mit der Verfassung erklärt worden. Das heißt aber, die Norm gilt noch, bis es ein neues Gesetz gibt? Die Norm gilt zunächst weiter, bis es ein neues Gesetz gibt. Ist aber dann mit, ist dann gesetzgeberisch zu wandeln dahingehend, dass es eine positiv benannte dritte Option geben muss. Okay. Aber es gibt doch verschiedene Spielräume, der Gesetzgeber. Sonst hätte der Karlsruhe ja gleich sagen können, was jetzt quasi geregelt werden muss. Aber es gibt doch jetzt verschiedene Regelungsoptionen für den Gesetzgeber. Genau, so ist es. Das Gericht führt explizit aus, ich zitiere mal, so könnte der Gesetzgeber auf einen personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag generell verzichten. Das wäre die radikalste Lösung. Also weder männlich, weiblich, gar nichts. Steht einfach gar nichts drin. Genau. Wir hören einfach auf, Menschen bereits bei ihrer Geburt einzuordnen in ein Geschlecht und sie darin auch einzuzwängen und gucken, was nun wo im Recht trotzdem noch Regelungsbedarf besteht, der darauf sich bezieht, dass Menschen als Männer und Frauen oder Drittes wahrgenommen werden. Aber wir hören einfach auf, Menschen danach zu kategorisieren. Wäre das nicht eigentlich konsequent, wenn sowieso nicht jeder entweder Männlein oder Weiblein ist, dann kann man doch möglicherweise am einfachsten wirklich darauf verzichten? Das denke ich auch. Das wäre die einfachste Lösung. Die aber nicht so einfach wäre mit Blick auf die Weiterungen, die daraus entstünden. Denn man muss natürlich auch den Konsequenzen Rechnung tragen. Die Rechtsordnung verweist an vielerlei Stellen auf männlich und weiblich oder Männer und Frauen. Und damit müsste irgendwie umgegangen werden. Okay. Und was ist die andere Option? Die andere Option, die das Verfassungsgericht anspricht, ist eben eine dritte Option zu schaffen, die genannt werden kann ganz verschieden. Sie könnte zum Beispiel Inter genannt werden oder divers. Inter hätte den Vorteil, dass es eine Reihe von Personen gibt, die das tatsächlich als eine gute Selbstbezeichnung für sich ansehen. Andere wiederum finden das nicht. Also insbesondere diese nicht-binär sich empfindenden Menschen, die sind ja nicht inter von der Körperlichkeit her, sondern empfinden sich nur als nicht-binär. Und für die ist das dann keine so gute Begrifflichkeit. Wenn man jetzt sagt, divers, dann ist das zwar nicht mehr offen gelassen, sondern hätte eine positive Bezeichnung, diese Kategorie. Andererseits so richtig schön ist das ja nun auch nicht, zu sagen, ich bin von meinem Geschlecht her divers. Das ist sicherlich nicht etwas, was im Moment schon mit Identitätsgehalten gefüllt wäre. Das kann sich natürlich immer entwickeln. Aber da sieht man schon, dass selbst die Benennung einer solchen dritten Kategorie durchaus Schwierigkeiten nach sich zieht. Ja, vielleicht wäre es dann wirklich das Konsequenteste, dass man versucht, auf diese Geschlechtsbezeichnungen einfach konsequent zu verzichten. Denn mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt sonst einen Geschlechtseintrag divers bekommen, dann klagt irgendwann der Nächste und sagt, ich fühle mich weder als Männlein noch als Weiblein noch als divers. Ich fühle mich als keine Ahnung was. Also ich kenne mich jetzt einfach mit den verschiedenen Geschlechtsidentitäten nicht so gut aus. Aber mir scheint es doch so zu sein, wenn man über die biologisch vorgegebenen Varianten hinausgeht, dann irgendwann scheint mir doch auch divers nicht mehr auszureichen, oder? Ja gut, ich würde jetzt natürlich schon sagen, dass das sogenannte biologisch vorgegebene eben ja gerade nicht in allen Fällen biologisch vorgegeben ist. Das ist ja der Clou von dieser Entscheidung. Ja genau, man hat Männlein, Weiblein, Nix. Das sind ja die drei biologischen Varianten. Aber wenn man darüber hinausgeht. Ja Nix, die sind ja auch was, nicht? Also Nix ist dann schon... Ja, aber nicht Männern oder Weiblein jedenfalls, ne? Genau, genau, das ist richtig. Tatsächlich ist das auch das, was damals, also ich hatte ja davon gesprochen, dass 2013 diese Neuregelung eingeführt worden ist. Und damals war das auf einen Anstoß des Deutschen Ethikrates erfolgt. Der Deutsche Ethikrat allerdings ist in seinen Beschlussempfehlungen durchaus so weit gegangen, zu sagen, lasst uns das doch einfach aufhören mit dieser rechtlichen Einordnung, die ja eine ganze Reihe von Folgeimplikationen hat, die eigentlich damit mit einem Schlag auch abgeschafft werden. Also zum Beispiel die ganzen Fragen, die wir uns stellen beim transsexuellen Gesetz, wie ist es eigentlich möglich von männlich in weiblich und von weiblich in männlich zu wechseln, die an extreme Hürden angeschlossen sind, davon abhängen, dass dieses Problem werden wir mit einem Schlag los. Ja, wenn es einfach im Personenstandsrecht gar nicht mehr die Möglichkeit oder gäbe, einzutragen, wie denn die Geschlechtsidentität ist. Philipp, hast du noch eine Frage? Nur zum Zeithorizont. Wie lange hat der Gesetzgeber jetzt Zeit, ein neues Gesetz zu verabschieden? Das Verfassungsgericht hat eine Frist bis zum 31. Dezember 2018 gestellt. Das ist eine sehr sportliche Frist. Sie wird noch sportlicher, wenn man die aktuelle politische Situation betrachtet. Und es ist ja durchaus noch nicht mal ausgemachte Sache, dass wir bald eine Regierung haben werden. Geschweige denn eine Koalition, die tatsächlich regierungsfähig ist und auch einen solchen Gesetzentwurf auf den Weg bringen kann. Also das wird ziemlich spannend, ob diese Frist überhaupt einzuhalten ist. Okay, Katharina, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz herzlichen Dank für die erläuternden Worte. Ja. Und noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Katharina. Ja, ebenfalls. Ich danke euch. Okay. Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Okay. Eins, zwei. Hörst du was? Hörst du was? Jetzt hörst du was. Ja, genau. Alles klar. Gut, Ulf, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Die Lage der Nation ist für diese Woche abschließend beurteilt. Das würde ich auch sagen. Schön, dass wir uns wieder zusammengesetzt haben. Philipp, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es ebenso viel Freude gemacht wie mir. Wir wünschen ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Bleibt uns gewogen. Tickets. 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 Punkt Küchenstudio. Tickets. Punkt Küchenstudio. Punkt I.O. Genau, das ist die Lage live am 21. Dezember, abends um acht hier in Berlin-Kreuzberg. Wir wurden auf Twitter schon gefragt, ob wir denn nicht mal eine Lage live außerhalb von Berlin machen wollen. Wir waren ja jetzt neulich schon in Hamburg. Grundsätzlich sind wir dafür offen. Das muss natürlich sich auch alles irgendwie organisieren lassen. Wir haben beide Jobs. Wir müssten dann reisen. Das ist nicht ganz einfach. Deswegen wollen wir da lieber nichts versprechen. Aber grundsätzlich mal sind wir offen für die Idee. Das heißt also, wenn ihr Lust habt, schickt uns gerne einen Vorschlag für einen sehr geeigneten Ort an team.lagedernation.org. Wir brauchen natürlich einen Saal. Da müssen mindestens 100 Leute reinpassen. Es muss einen Verstärker geben, muss eine Anlage geben. Und ihr kennt ja vielleicht die Fotos von der Lage der Nation live hier in Berlin. Lage live in Berlin. Also grundsätzlich sind wir nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Schaut einfach mal, macht uns einen Vorschlag und wir schauen mal, ob wir das vielleicht irgendwie im Terminkalender unterbringen. Okay, das war's für diese Woche. Schönes Wochenende. Schöne Woche. Bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.